Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo! Wollt ihr sein, meine Maschine von Belgen, Herr Virgil? Äh, ich würde nicht sagen, dass sie nicht in Deutschland sprechen. Was? Ich wollte nur sagen, die Börmaschine. Die belgische Börmaschine, das wollte ich hallo sagen. Aber erstmal, liebe Leute, wir sind bei Raw, nicht dass ihr das wieder abschaltet. Das ist nicht Französisch, das ist nichts. Äh, ich wollte nur sagen, hallo und es war, äh, ja, Raw, das habe ich schon gesagt. Ich sollte mal wieder meine Anmoderation aufschreiben. Aber trotzdem, hallo, lieber Virgil, wir sind wieder da. Ist das nicht schön? Ja, ist wundervoll, ist wundervoll. Wie geht's dir? Ja, ja doch, also mir geht's, also, für das Wochenende in Frankfurt. Das wird toll. Da war ja auch Smackdown in Frankfurt. Ja, bei Nacht. Und wie war so dein Wochenende, das letzte? Das letzte Wochenende war auch gut. Und das davor auch. Spielst du auf was an? Habe ich was? Habe ich vielleicht meinen Laptop kaputt gemacht und deswegen konnten wir kein NXT-Deadline machen? Kann das sein? Oder worauf spielst du an? Aber hast du irgendwas davon gesehen? Nein. Ich bin, also, ich muss, also, ich wurde ja gespoilert bei Raw. Also, ich kläre auf, wir wollten NXT-Deadline machen am Samstag, Nacht von Samstag auf Sonntag mit dem Pär, der war sogar da. Ja, ich habe um 10 Uhr, halb elf, aus Versehen mein Laptop runtergeschmissen und konnte weder die Show gucken, noch mit Pär darüber reden. Deswegen ist ganz selten mal tatsächlich bei Spotify was ausgefallen. Das ist sehr, sehr selten. Das ist aber nachts am Samstag, irgendwann um elf Uhr haben wir keinen mehr gekriegt, der das mit Pär machen wollte und Pär alleine gar keine Chance. Das kann der nicht und das wollt ihr auch nicht haben. Deswegen, NXT-Deadline wurde im Hauptkampf verwurstet, könnt ihr euch auch anhören, Tobi und Chris Melzig, das ist schon online. Aber es gibt natürlich professionelle Besprechungen am Wochenende, Freitag, Samstag, ich glaube, Samstag kommt das irgendwann, NXT, wie ihr das gewohnt seid. Es wird das erste NXT überhaupt mit zwei Folgen NXT, eine vorher, eine hinterher. Wenn wir lustig sind, machen wir dazwischen sogar noch eine Vorschau zu Deadline und dann innerhalb dessen die Review. Das wird sehr lustig. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen. Ich will wahrscheinlich auch sehr lang werden, aber das wollte ich damit mal erklärt haben. Und du guckst so komisch, möchtest du da auch mitmachen? Ich lade dich herzlich ein zum NXT-Talk. Ja, ungern. Ach so. Dann reden wir nicht weiter über NXT. Ihr werdet euch das dann anhören. Reden wir über Monday Night Raw, denn da sind wir tatsächlich. Wir haben auch, was habe ich denn noch zu erwähnen? Weihnachtspodcast kommt bald raus. Freust du dich drauf? Du bist schon so weihnachtlich rot da hinten. Am 24.12., wie ihr das gewohnt seid, wir treffen uns mit unserem Team. Wir belabern, wir verteilen die Spotties, unsere Jahresawards. Das wird sehr, sehr interessant werden. Dein erstes Mal. Bin ich eingeladen eigentlich? Definitiv. Bist du ja jetzt im Team. Dein erster Weihnachtspodcast. Es wird wild werden. Der Rekord liegt, glaube ich, bei vier, dreiviertel Stunde, wenn ich mich richtig entsinne. Da haben wir noch so ein Quiz mit dem TJ zwischendurch gemacht. Ja, lass dir mal was einfallen, dass wir das vielleicht dieses Mal knacken. Ja, okay. Also das Ziel sind fünf Stunden, würde ich sagen. Ja. Das sind für euch schuldig. Genauso wie diese Folge Monday Night Raw. Ich frage dich jetzt auch nicht, welcher Tag ist. Vielleicht frage ich das gleich noch, weil ich gebe langsam auf bei dir. Am Ende, wie immer, die Match-Empfehlung. Die habe ich gerade auch rausgesucht. Das ist toll. Raw. Jetzt. Wir haben erst drei Minuten. Ich kann noch zwei Minuten. Aber das macht nichts. Ich muss eben suchen. Ich muss suchen. Gar kein Problem. Ich übernehme nochmal kurz, weil ich habe sowieso zwei Instagram-Nachrichten bekommen, wo ich mir dachte, da kann ich aber darauf antworten. Weil ich gucke viel zu selten in mein Instagram-Postfach rein. Wer es nicht weiß, at like a Virgil. Ihr findet mich da überall auf den sozialen Medien. Ihr müsst mir aber auch nicht schreiben. Das ist vollkommen in Ordnung, wer das nicht macht. Zwei Sachen habe ich bekommen. Nummer eins. Kannst du dich nochmal vorstellen? Weil für die Leute, die nur bei der ersten, also ich, für die Leute, die nur bei der ersten Folge mal zugeguckt haben und seitdem nie wieder, die haben keine Ahnung, wer ich bin und warum ich hier sitze. Ich bin nebenbei noch Promoter und Ringsprecher und Kommentator in der deutschen Wrestling-Szene. Und bestimmt werden, Marcel und ich, wir haben uns das schon dreimal vorgenommen, irgendwann nochmal eine Ausgabe aufnehmen, wo wir ausführlich darüber reden, was ich alles im Wrestling gemacht habe. Kommt noch irgendwann, vielleicht sogar noch dieses Jahr, wenn wir es hinkriegen. Und das andere ist, ich soll mal erzählen, was die allererste Wrestling-Show ist, die ich live gesehen habe, wo ich wirklich live als Fan vor Ort war. Und ich gebe dir jetzt mal eine Minute Zeit, dass du selber nochmal darüber nachdenkst, Marcel. Vielleicht fällt dir ja ein, welche deine erste war. Sag mir mal bitte in den Kommentaren, ob ihr an diesem Tag schon auf der Welt wart. Am 30. September 1992, da war ich das allererste Mal beim Wrestling live bei der WWE in der Deutschlandhalle, damals in Berlin. Willst du mal wissen, was da der fantastische Main-Event dieser Veranstaltung war? Ja, das war ja dann kurz nach dem legendären SummerSlam und dem Royal Rumble. Also eigentlich war es ein gutes Jahr. Eigentlich war es ein gutes Jahr, 1992, ne? Ja, aber es waren die National Attackers. Der war nicht da, glaube ich. Der war nicht da. Aber die Natural Disasters waren da. Die standen nämlich im Main-Event gegen Money Inc. Ach, ja Glückwunsch, das war da der erste Show. Ja, wundervoll. Aber Virgil, hast du da ja deinen Namen jetzt. Das war auch sehr, sehr schön. Ja, das heißt, dein erstes Match oder dein erster Main-Event tatsächlich Virgil? Ne, der war im fünften Match, aber der war bei meiner ersten Show dabei. Und dann wusste ich, ich habe den richtigen Namen, den kann ich nie wieder ablegen. Das heißt, theoretisch hättest du auch Typhoon heißen können oder Earthquake. Das wäre viel schöner gewesen. Earthy würde ich dich da nennen. Naja, wir werden dich weiter vorstellen. Wir machen einen Nachschlag, früher oder später. Aktuell ist es ein wenig stressig. Ich habe keine Wohnung und so. Ich sitze ja hier nur rum, deswegen ist es bei mir generell ein bisschen schwierig. Aber wir machen das und dann werden wir im Detail den Earthquake vorstellen. Haha, du hast einen Spitznamen. Schreib jetzt bitte alle in die Kommentare. Hallo, Earthquake. Ja, was ist die Liebe? Oh mein Gott, haben wir jetzt unseren Tag-Team-Namen? Wir sind die New Natural Disasters? Nee, NMD? Nee. Bist du jetzt Typhoon oder bist du Earthquake? Ich bin Earthquake. Du bist jetzt Earthquake. Ich bin älter, oder? Ich bin älter, glaube ich dazu. Ich bin 84er Jahrgang. Also ich sehe aus wie 25. Ich hätte jetzt gedacht, du bist 18, aber... Nein, ich bin 82. Guter Jahrgang. Ist das wirklich älter als Licht? Ja, ich bin kurz nach Nicole geboren. Als die Nicole damals ein bisschen Frieden, hat ja nicht geklappt. Ach, da sind wir wieder beim Militär. Lassen wir das. Wir werden dir, das wollte ich sagen, wir werden dich vorstellen, wir werden einen Nachstatt generieren. Früher oder später wird das passieren. Der Earthquake und ich. Du hielst die Hand. Was wolltest du sagen? Nix mehr. Typhoon ist übrigens älter. Du bist Typhoon. Dann bin ich für Typhoon und du bist für Earthquake. Wir haben auch gleich noch einen Tsunami. Ach nee, haben wir gar nicht. Aber hätten wir haben können. So, jetzt haben wir sechs Minuten schon. Oh mein Gott, wir sind drüber. Das heißt, wir müssen bei Smackdown eine Minute abziehen von meinem Verteidig zugesicherten fünf Minuten. Ich möchte mit dir über Raw reden. Ich glaube, dafür sind die Leute auch hier zum Teil. Einige sind auch nur für dich da, aber das ist in Ordnung. Und ich möchte sagen, ich mache jetzt gar nicht so viele Witze jetzt, weil Raw ist aktuell. Ich möchte das nur einmal sagen, damit es jeder hört. Raw ist komplett heiß aktuell. Das macht echt eine Freude, diese Shows zu gucken und diese Shows zu besprechen. Ich sitze da wirklich manchmal bei Shows oder habe das dann immer und so, ach komm, jetzt musst du wieder eine Review ab. Aber Raw macht mir aktuell richtig Freude. Da passieren tolle Dinge. Die Crowd ist heiß seit Wochen. Dann, die Storylines sind gut, Matches sind gut. Das ist wirklich toll. Deswegen freue ich mich dann. Und auch dieses Raw fängt wunderbar an. Eine Zusammenfassung von allen Sachen, die wir gehabt haben. Mit Sammy Zayn, mit Drew McIntyre, mit Jey Uso. Wie bei so einer Serie. Da machen wir am Anfang auch immer, was bisher geschah. Wunderbar. Dann das Intro. Wir sind in Cleveland, Ohio. Die Stimmung ist da. Es hat Spaß gemacht, Virgil. Hast du das auch so empfunden? Oder bin ich wieder so der positive Optimist hier? Ich fand, das war einfach mega geil. Du hast einen roten Faden gehabt mit Drew McIntyre durch die letzte Show, den Rückblick. Und du hast direkt losgelegt. Also so muss eine Wrestling Show, einfach eine wöchentliche Wrestling Show muss genau so beginnen. Ja. Und mit den Natural Disasters. Aber naja, die werden wir wohl nicht mehr wiederkriegen. Jey Uso, den haben wir aber. Und der ist auch heiß bei der Crowd. Wie eigentlich alle Babyfaces. Es ist ein Traum. Jey Uso ist ja nur noch eher Uso. Uso seit circa Tag 1. Er Uso ist da. Und er hat sein Jid zurück. Du hast mich letzte Woche noch mal informiert, dass das Jid weg ist. Jetzt ist das Jid wieder da. J-I-H-T. Ausrufezeichen. Da ist es wieder. Jid? Jid. Aber leider haben wir Sami Zayn letzte Woche verloren. Das war traurig. Drew McIntyre hat Sami Zayn das Bein kaputt gemacht. Der wird jetzt irgendwas meniskus, ne? Länger Zeit nicht vorhanden sein, ne? Und der wird gerecht werden. Das sagt uns der Jey Uso. Und gegen wen soll er das rächen? Es ist selbstverständlich Drew McIntyre, der jetzt rauskommt. Ausstieg fort. Er sagt als erstes, was er sagt. Bitte lieber Nick Aldis, nimm den CM Punk weg. Denn wir wollen den CM Punk heute nicht. Wir wissen doch alle, wie diese Story enden wird. Hat er direkt mal das gemacht, weil, und das kommt auch heute in der Show vor, CM Punk muss sich entscheiden. Raw, SmackDown oder NXT. Kann ja auch sein. Er war offensichtlich bei Deadline. Spoiler-Alarm. Soll ich jetzt schon anscheinen? Achso. Ich dachte, weil du machst immer so. Du so und dann denkst, jetzt willst du was sagen. Nein, ich versuche, ich gestikuliere. Ich versuche pantomimisch meine Worte. Also, ich weiß nicht, ob die Leute nebenbei, die auf YouTube gucken. Da sind wir ja mit Video zu sehen. Und ich versuche, auf das, was du sagst, mimisch zu reagieren. Wenn ich was sagen will, sage ich schon was. Keine Sorge. Achso. Nee, dann sag halt nichts, wobei es stinkt. Wir müssen uns noch einspielen. Das ist vielleicht das Ding. Dann entschuldigt er sich. Oh, das fand ich richtig toll. Drew McIntyre ist noch nicht im Ring. Aber er entschuldigt sich an Sami Zayn. Er sagt zwar, ja, du hast deine Grenze überschritten letzte Woche. Aber ich hab dir ein gutes Bein gelassen. Du kannst jetzt mit deiner Familie wieder klarkommen. Es tut mir wirklich leid, dass ich das gemacht habe. Und er meint es auch von Herzen. Und dann sagt er zu Jey Uso, siehst du, so gehen Entschuldigungen. Er kann das machen. Leute, wie ist das denn mit euch? Und der Drew McIntyre spricht uns weiter aus Herz. Er wird immer böser. Das sieht man schon. Er ist jetzt in Heel angekommen. Aber er spricht wieder mit der Crowd. Und man kann nachvollziehen. Leute, wenn man euch schlägt, wenn man eure Familie schlägt, eure Freunde schlägt, immer wieder, wollt ihr dann keine Revanche haben? Doch, wollt ihr auch. Ihr könnt doch dann auch nicht einfach so vergeben und alles gut sein lassen. Und das geht dann auch nicht mit dem Drew McIntyre. Passt wieder, hat wieder Hand und Fuß. Denn gleich ist das Match. Drew McIntyre gegen Jey Uso. Ja, erstmal Opening. Jey Uso. Yeet. Ich habe mich richtig gefreut, ihn zu sehen. Es war natürlich, es war auch die Brücke einfach, die zu der letzten Woche geschlagen worden ist. Weil wir haben ja den Claymore gesehen, den er außerhalb des Rings kassiert hat. Ich finde es so geil, ne? Als er rauskam, erstmal Samantha Irvine sagt, Introducing first. Und ich dachte, ah, okay, ist das wirklich jetzt erstmal ein Match? Also für mich war klar, hier wird gleich ein Match passieren. Weil sie hat einen kleinen Fehler als Ringsprecherin gemacht. Ich finde es aber wichtig auch, dass er das Mikrofon einfach bekommen hat. Vor allen Dingen, weil er in den letzten Wochen schon eher als ein Nebendarsteller einfach dargestellt worden ist. Ich fand, er hat so eine Nebenrolle gespielt, auch in dem Wargames-Match. Er war halt da. Und ich fand es okay. Also ich fand seine Promo auch okay. Aber holy shit, die Promo von Drew McIntyre war ja direkt ein erstes Highlight. Wie er mit dem Publikum gespielt hat, seine Entschuldigung, wie er das Wort an Jey Uso dann gewendet hat, fand alles daran geil. Und ich war richtig heiß, als dann die Ringglocke endlich ertönt hat. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Ich glaube, das war einfach nur, die haben ihre Promos noch kurz gehalten vor dem Match. Man hat es halt so hintereinander integriert. Schneller auftakt. Ja, Jey Uso wird geliebt. Hat jetzt nicht so viel Tiefgang da drin, aber das macht er an der Stelle auch nichts. Den bringt ja Drew McIntyre dann mit. Und er macht das Gleiche wie die letzten Wochen. Und er macht nachvollziehbare Dinge. Und trotzdem mögen wir ihn irgendwie nicht. Und das ist toll. Und das geht jetzt in dieses Match. Das hauen wir jetzt auch mal so raus, weil es geht. Wir können das machen, weil Raw ist aktuell so heiß. Wir haben das ja schon gehabt, fairerweise. Das war ja dieses Advantage-Match damals vor Wargames-Wett. Aber das macht nichts, weil das ist heiß. Jey Uso gegen Drew McIntyre. Der Jey Uso, der startet auch mutig. Der überrascht den Drew McIntyre. Aber dann setzt sich der schnittige Schotte mehr und mehr durch. Dann aber Claymore aufs Pult. Da springt der Drew McIntyre daneben. Bumm. Jey Uso springt erst weg. Dann springt er da drauf. Das Momentum shiftet. Dann ist Werbung. Schmerz hält aber nicht lange an von Drew McIntyre. Denn der katapultiert den Jey Uso an die Unterseite des Rings. Das ist böse. Das tut weh. Aber es ist eigentlich erlaubt. Deswegen warum nicht? Generell hat jetzt Drew McIntyre auch seine böseren Moose im Arsenal. Das merkt man auch. Das ist nicht mehr das Gleiche. Die Crowd macht aber trotzdem immer noch beim 3-2-1 Claymore mit. Hier kann sie immer noch nicht entscheiden. Da gibt es den Future Shock DDT. Damit hat er gewonnen. Das letzte Match. Aber jetzt gibt es den Kickout. Referenz erfüllt. McIntyre zieht dann so den Ringpfosten aus. Dieses Pad drauf. Der Ref muss sich jetzt drum kümmern. Weil das ist ja dann nicht richtig. Drew McIntyre greift dann aber ins Auge rein. Das ist das erste Mal. Oder zumindest bei Sami Zayn hat es nicht gemacht. Dass er wirklich eine unfaire Aktion im Ring dann zeigt. Da gibt es den Claymore. Drew McIntyre gewinnt. War das die Revanche jetzt von Drew McIntyre? Freuen wir uns, oder ärgern wir uns, dass das jetzt beendet ist. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt schon beendet ist. Er wollte ja Revanche. Das war ja seine Ansage. Ja, aber ist ja nicht so, dass Jey Utho jetzt im Krankenhaus liegt und die nächsten 80 Wochen jetzt nicht mehr catchen kann oder so. Also so kaputt gemacht hat er ihn jetzt nicht. Insgesamt, ich mochte das Match schon. Ich mochte auch Drew McIntyre, der jetzt hier schon deutlicher hier gecatcht hat, als er es noch letzte Woche gemacht hat. Ich mochte auch diesen Katapult-Pendal-Spot am Apron. Eine Million Prozent werde ich den klauen. Und vielleicht werde ich den nächstes Jahr irgendwann bei Project Nova Wrestling von irgendeinem anderen Wrestler sehen. Aber der Spot war wirklich nice. Ich störe mich einfach so ein bisschen an Jey Utho, weil ich finde, nur weil jemand ein paar Mal ein Main Event gecatcht hat, meinetwegen auch eine Main Event Storyline hatte, ja, eine Main Event-Fehle ist diese Person nicht automatisch für den Rest seines Lebens ein Main Eventer. R-Truth ist kein Main Eventer. Und für mich ist auch, ich finde auch Jey Utho hat in dem Match nicht gecatcht, den Main Eventer. Ich fand ihn ein bisschen, das war mein persönlicher Eindruck, ich fand ihn ein bisschen lahm, ich fand ihn ein bisschen energielos, so als hätte man ihm fünf Minuten vor dem Match gesagt, weißt du was, du verlierst. Irgendwie so hat es auf mich gewirkt. Ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er keinen Bock hatte. Aber mir hat einfach ein bisschen die Energie in dem Match gefehlt. Es sollte ein ganz, ganz großes Match mit ganz, ganz großem Big Move sein und ebenso, ich glaube ich auch so, ich meine, die letzte Woche war eine super Wrestling-lastige Folge mit mega knaller Main Event-Matches. Das haben sie ja auch probiert. Mich hat es nicht ganz so gecatcht. Das war ein gutes Match, aber ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von dem Kampf, ehrlich gesagt. Ja, gut, das haben wir beim ersten auch schon gesagt, dass sie noch ein bisschen zurückhalten, aber ich fand es schon in Ordnung. Wir sind Opener und die Crowd voll drin in der Stelle. Ich fand das schon gut. Es war tatsächlich, deswegen habe ich gefragt, es hat sich nicht so angefühlt, als wenn das jetzt das Ende war. Jim McIntyre hat jetzt endlich seinen Jey Uso-Fluch besiegt oder was auch immer. Er hat jetzt gewonnen, aber er macht ja auch keine Attacke weiter oder so. Also es war jetzt noch nicht so, dass er mit der Blattlein oder irgendwas abgeschlossen hat und Jey Uso, ja gut, dem schadet es am Ende auch nicht. Er läuft ja da rum, macht seinen Jey Uso und dann passt das auch. Toller Auftakt. Also ich kann da überhaupt nicht meckern, auch wenn das Match tatsächlich, wie du sagst, keine fünf Sterne war, aber muss es auch nicht sein. Der Nakamura ist jetzt dran. Der richtet nochmal so ein paar Worte an Cody Rhodes. Er ist wieder in seinem roten Zimmerlein, so wie du. Du bist auch wieder sehr rot unterwegs. Der Nakamura sitzt bestimmt neben dir und dann erzählt er, du jagst wie ein Hund einem Auto hinterher und erreichst dein Ziel nie, lieber Cody Rhodes. Deine Schwäche ist, dass du die Anerkennung von anderen brauchst. Du hast mich jetzt zu einem neuen Shinsuke Nakamura gemacht und jetzt beende ich meine eigene Story. Und dann geht das so über in so Manga-Style, so Comic-Cartoon-mäßig und dann ist Nakamura auf einmal so ein Drache oder was auch immer. Das hat mir schon Angst gemacht. Also ich nehme dem Nakamura jetzt schon ab, dass der gerne gewinnen möchte, oder? Also ich fand das Video schon stark. Das war wirklich ein richtig, richtig nice produziertes Video mit viel Anime drin, mit vielen, vielen, wirklich, also das war wirklich toll gestaltet einfach. Ja. Und ja, sie versuchen wirklich alles, um das wie eine wichtige Fede darstellen zu lassen, um Nakamura groß darstellen zu lassen, aber mich stört halt immer noch, dass er einfach in den letzten Wochen einfach, er war halt da. Er war halt da, hat ein paar Matches geworkt, gecatcht, genauso wie vorher und solange er nicht irgendwas an seiner Appearance ändert, ob das jetzt sein Outfit ist, meinetwegen soll er sich die Haare abschneiden, meinetwegen soll er sich einen krassen Bart wachsen lassen, ist mir egal, andere Klamotten tragen, andere Musik, dann braucht er mir nichts die ganze Zeit von einem neuen Shinsuke Nakamura zu erzählen und von wegen er wurde erwacht oder sowas. Der Aspekt ist mir einfach viel zu dünn, die Worte, die da gewählt werden, mag ich einfach nicht, weil sie, das sind Worte, die nicht zu dem passen, was gezeigt wird, so, wenn er im Ring steht. Im Ring ist es immer noch derselbe Nakamura, zumindest die letzten Wochen gewesen und an sich den Ansatz finde ich cool, aber wir wissen doch alle, was passieren wird. Nakamura wird gar keine Geschichte werden. Naja, zumindest heute ist ja, ist ein großer Main Event heute angekündigt. Ich werde auch nicht warm damit, das ist ja kein Geheimnis, dass ich jetzt nicht der größte Nakamura-Fan bin. Also das hat man ja vor dem Match gegen Rollins ja auch schon gemacht, nur dass er da dann weniger gewonnen hat, glaube ich. Also er hat ja auch relativ viel verloren davor und jetzt in dieser Sache gegen Cody Rhodes, jetzt hat er ja die Alpha Academy zumindest und so, da hat er ja ein paar Siege, aber ich weiß nicht, was ihn jetzt da so triggert und so mit dieser Story. Du hast ja letztes Mal gesagt, es ist ja eine Story, es ist ja jetzt zumindest, hat man sich so ein bisschen was überlegt. Meine Kritik war ja vor allem, dass ich nicht möchte, dass das jetzt die große neue Fede für Cody Rhodes ist, aber jetzt in dem Wissen, dass man das Match jetzt heute schon mal verbraten hat und dass das nur so ein Zwei-Wochen-Aufbau ist, wahrscheinlich geht es weiter, ich nehme vorweg, aber dass es jetzt nur so ein kleineres Ding ist und keine große Cody Rhodes-Story und danach ist Nakamura dann wieder bei irgendjemand anders, dann ist das in Ordnung und wie du sagst, dieser Einspieler, der war schon technisch und so alles wunderbar gemacht, der vermittelt ja auch die Story und dieses Japanische dahinter und die Schlotze ist neu, das wollte ich sagen. Es ist der gleiche Nakamura im Ring, aber er hat die Schlotze jetzt. Ja, die Schlotze ist neu, aber ich meine, wir wissen ja beide, dass der Höhepunkt dieser Fede wird wahrscheinlich nicht beim Royal Rumble selber stattfinden, außer die beiden stehen sich im Royal Rumble-Match gegenüber, weil ich bezweifle, dass es da noch ein extra mitgegeben wird. Wir wissen ja schon, dass Cody Rhodes einer der Teilnehmer vom Royal Rumble ist. Warum sollte der noch ein zusätzliches Match an dem Abend haben? Das glaube ich nicht. Und dementsprechend... Ne, sag noch was, ich wollte dich nur was fragen, was anderes. Ich dachte, wir sind fertig. Ich wollte dich fragen, ob du schon so ein Formular für den Royal Rumble geholt hast, weil du es gesagt hast, Cody Rhodes ist schon drin. Du wolltest dich doch drum kümmern. Ne, ich hab das nicht. Du wolltest dich doch drum kümmern. Wir wollen doch da rein. Ja, ich bin gerade im Onboarding vom neuen Job, deswegen sehe ich auch so schick aus hier. Ich habe mich leider nicht extra für den Podcast schick gemacht. Ich komme direkt von Arbeit. Ne, also ich finde es einfach cool. Ich hätte es einfach geiler gefunden, wenn Shinsuke Nakamura einfach nach der Niederlage gegen Rawlins meinetwegen gar nicht zu sehen gewesen wäre. Und wir hätten jetzt die letzten Wochen Videos und Anspielungen und so weiter bekommen, ohne dass wir ihn nehmen beim Ringen. Die haben im Prinzip meiner Meinung nach zwei verschiedene Geschichten mit ihm erzählt. Eine in dieser Videoform und eine mit den Matches im Ring. Und die im Ring hätte man einfach weglassen können. Wen juckt es, dass er die Alpha Academy weggehauen hat? Wen? Die beschweren sich nicht mehr darüber, die denken nicht mal mehr über ihn nach. So schlimm muss das gewesen sein, dass die ihn komplett vergessen haben. Und er kümmert sich halt um eine andere Sache. Ich finde es gut, dass es da eine Story gibt, dass sie versuchen, da irgendwas reinzuinterpretieren und so. Ich mag den Effort, den sie reinstecken. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, wozu? Also einfach, wozu? Aber es ist nette Unterhaltung, es füllt die Zeit. Ich will mich gar nicht größer darüber beschweren, als es den Anschein hat. Also das ist gar nicht notwendig. Ja. Nö, ach so, als kleine Story dann. Ich finde es halt schade, wenn Cody da reinpackt. Aber wenn es nicht so lange ist, okay. Nakamura geht dann wahrscheinlich früher oder später in irgendein Tag Team und dann versucht er nochmal groß irgendwas. Vielleicht findet er noch einen anderen Japaner oder so. Ich weiß es nicht. Gut, dass du die Alpha Academy ansprichst, denn die ist jetzt leicht dran. Aber erst mal Judgment Day. Wir sind im Clubhouse. Finn Baler ist wieder da. Sagt der, hier sind die Ria und ich. Wir sind mal eine Woche nicht da und ihr klauen es hier. Ihr macht hier alles kaputt. Gegen die Creed's haben sie verloren, Dominik und JD McDonough. Und offensichtlich, Spoiler, Dominik ist jetzt sein Gürtel los. Habe ich auch nicht mitgekriegt. Ich gucke mir das aber natürlich noch an. Traurig, traurig aber wahr. Damien Priest, wir machen das jetzt Judgment Day Style. Wir zeigen jetzt allen, was Sache ist. Und jetzt, Ria Ripley und Damien Priest, die zoffen sich, die gehen aneinander. Das ist ja jetzt vorbei. Wer ist der Lieder? Gibt es ein Lieder? Aber jetzt wird sie erstmal all diese Respektlosigkeit hier an Maxine Dupree auslassen. Das war der eine Einspieler. Danach kam der in der Alpha Academy Clubhouse-Geschichte. Die Creed sind auch da bei der Alpha Academy. Ivy Nile möchte jetzt aufpassen, denn tatsächlich kommt Ria Ripley gegen Maxine dran. Und dann kommt Achus. Achus möchte jetzt das Judgment Day Clubhouse dekorieren. Ist ja bald Ostern. Und dann hat er so Lampen dabei und fragt so. Alle warnen ihn da vorhin, Achus. Die sind gefährlich. Du bist auch gar nicht bei denen dabei. Achus kapiert das ja gar nicht. Ja doch, sagt er. Die haben mich nur falsch verstanden. Happy Thanksgiving. Das war lustig. War wahrscheinlich wieder nicht für richtig lustig. Ria Ripley gegen Maxine. Haken wir es schnell ab. Maxine hat den Mut der Verzweiflung. Ja, ein bisschen hat sie ja gelernt. Ein bisschen botcht sie auch rum zugegebener Weise. Es gibt einen Riptide. Dann macht die Ria Ripley so einen Trash-Talk. Du bist so schlecht. Warum? Warum? Und dann gibt es den Prison Tap. So heißt der. Prison Trap. Ja. Den Aufgabegriff von Ria Ripley. Maxine tappt ab. Und dann kommt Ivy Null in den Ring rein. Und dann gibt es nochmal so ein Stairdown. Ria Ripley und Ivy Null. Darauf ist das Ganze hinausgelaufen. Wie fandst du das? Ja, du hast erstmal vergessen, dass sie den Griff nach dem Sieg nicht gelöst hat. Was ja ungefähr so 80% dann noch das Match... Also wir fangen erstmal von vorne an. Nummer 1. Document Day. Stehen im Gang rum und sagen, wir müssen die Türen abschließen. Bro, ihr habt keine Tür. Ihr steht im Gang rum. Nummer 2. Letzte Woche gewinnen die Creed ein krasses Gauntlet-Match gegen alle Tag-Teams der Welt und dann stehen sie bei irgendeinem beschissenen Backstage-Segment hinten rum und freuen sich darüber, dass Ria Ripley gleich Maxine zusammenschlagen darf. Die mögen sich doch. Das sind unsinnige 5 Minuten. Dann kommen wir zu diesem Match. Ich glaube, das ist das erste Match, was wir von Ria Ripley bei Raw sehen, seitdem wir beide zusammen die Reviews machen. Falls das jemand nicht mitbekommen hat, ich achte sehr auf die Entrance-Teams. Das kannte ich nicht. Ich weiß, dass sie das safe seit Royal Rumble und wahrscheinlich noch viel früher hat. Aber seitdem wir die Reviews zusammen machen, habe ich es noch nicht ein einziges Mal ihr Solo-Theme gehört. So. Das kann sein, ja. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut, dass wir Ria endlich im Ring sehen. Zwei Minuten, Bro. Zwei Minuten. Ja, aber Maxine. Wir kommen, ich meine, klar, ein bisschen Wrestling-Kunde. Das, was wir gerade gesehen haben, war ein klassischer Squash. Ich schwöre, ich hätte das Match achtmal schauen können und ich hätte mich nicht daran erinnern können, ob Maxine überhaupt eine einzige offensive Aktion gezeigt hat. Die Sache ist aber auch, das war erst ihr sechstes Match in ihrer Karriere. Ihr zweites Singles-Match. Insgesamt stand die Frau in Singles-Matches fünf Minuten im Ring. Nenn mir einen plausiblen Grund, warum diese fünf Minuten bei Raw, bei einer Live-Sendung, bei der Flagship-Show stattfinden müssen. Maxine hat nix, nix bei Raw im Ring verloren. Nix. Und das hat man auch in diesen zwei Minuten gezeigt. Ich verstehe es nicht. Ich werde mich nachher nochmal darüber aufregen, weil ich rege mich auch jeden Donnerstag über die Women's Division bei All Elite Wrestling auf. Wie man eine Show produzieren kann und nur zwei Matches mit Frauen mit jeweils zwei Minuten zeigen kann, will man hier in den Kopf reingehen. Das hier fand ich richtig, richtig, richtig scheiße. Ja, das ist im Ring, ich habe ja gesagt, es ist schon verbotscht gewesen. Maxine muss noch ein bisschen... In zwei Minuten! Ja, sie hat am Anfang die Ohrfeige gemacht. Ein bisschen offensiver hat sie es gehabt. Ja, aber das ist, die Story ist ja, ich hoffe, dass sie jetzt da fühlt, dass man Alvinal jetzt auf einmal reinmordt. Also dieser Stairdon am Ende. Das würde ich so mitnehmen, weil das ist, das ist, glaube ich, ziemlich spannend, wie sich Alvinal schlagen wird. Ob man dann die Maxine da reinnehmen muss als Übergang, um das dann reinzumachen. Das weiß ich nicht. Na klar, dass es jetzt der Übergang war zu Alvinal, dass es der Übergang war zu Alvinal, verstehe ich ja vollkommen. Aber was soll denn da passieren? Dann lässt die sich halt nächste Woche zusammenfalten, meinetwegen beim Royal Rumble, weil Rhea braucht ja auch noch eine Gegnerin. Aber ist die jetzt wirklich die Gegnerin für Rhea Ripley, wo einer sagt, boah, das haben sie doch mit Zoe Star. Wo ist denn der Unterschied? Dann kommt die Nächste, die sich von ihr zusammenfalten lässt, ohne dass sie auf diese Ebene damit gehoben wird. Das ist totaler Quatsch. So buckst du keine Women's Division. Machst du nicht. Und dann geht naja Jacks dann einmal da durch, zack, und dann hat sie das auch noch gewonnen. Es war am 16. Oktober dieses Jahr. Da hat Rhea Ripley gegen Shayna Baszler gekämpft. Das war dann noch kurz vor deiner Zeit. Ja, ne? Ja. Würde ich sagen. Weiß ich nicht, wie das weitergeht. Ich würde aber, ich möchte aber eine Lanze brechen, weil die Women's Division bis nachher Jacks kam, war doch eigentlich ganz in Ordnung. Also ich fand es jetzt gar nicht so verkehrt, ob jetzt die Matches länger oder kürzer sind, so sehr achte ich ja da nicht darauf. Ist ja gut, dass wir dich dann jetzt haben. Aber ich fand so die Zeit, wo man Sophie Stark aufgebaut hat, groß gemacht hat, wo man Shayna Baszler auch mal so ein bisschen Widerstandskraft gegeben hat, man hat da schon richtig hingedreht. Und damals ist da Becky Lind und Jeff Sturters die Geschichten gehabt, das war ja auch noch ganz in Ordnung. Aber ich gebe dir recht, seitdem Naya Jax da ist, seitdem Naya Jax all unsere aufgebauten Superstars einfach zerstört und die alle kaputt macht, Raquel Rodriguez letzte Woche, ist es deutlich schwächer geworden. Ja, Naya Jax kommt dann gleich auch nochmal. Fand ich auch nicht so toll. Ich greife vorweg. Es liegt am Ende wieder bei Naya Jax und dann bleiben zwei Minuten Maxime Dupree. Das zweite Match werden wir gleich auch noch besprechen. Es ist meine Lieblings-Tech-Division. Ich freue mich jetzt schon drauf. Lass über was Positives reden. Denn jetzt, CM Punk. Dafür schalten die Leute ja ein. Man muss ja auch immer gucken, was wollen die Leute. Die wollen CM Punk. Aber erstmal Adam Pearce. Adam Pearce hat so einen dicken Raw-Vertrag. Er kennen wir daran, da steht Raw drauf. Der klopft jetzt im Büro von CM Punk an und dann ist der nach der Werbung im Ring. CM Punk hat jetzt mit Nick Aldis gesprochen bei SmackDown. Er hat auch mit Shawn Michaels gesprochen. Spoiler. Aber er wird ja eh hier unterschreiben bei Raw. Also begrüßen wir doch mit uns zusammen hier den Best in the World Shane McPunk. CM Punk kommt dann raus und jetzt macht CM Punk und ich finde, also ich persönlich fand ja die erste Probe so ein bisschen underwhelming und so. Das ist nicht mein CM Punk. Ich fand die bei SmackDown schon besser. Ich habe mit Tobi drüber geredet, aber es hatte immer noch so seinen Haken und ich fand ihn auch nicht so ganz, also dass er Selbstvertrauen hatte. Er wirkte so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen unangenehm, dass ihm die Situation unangenehm war. Vielleicht ist er nicht mit dem Herzen dabei. Ich fand, was er jetzt gesagt hat, und es hat mich auch mehr an den CM Punk herangeführt. Ich erkläre es. Er sagt, ich mag euch alle, aber diese Halle hier, die hat mir nicht immer gut getan. Wir spielen zum allerersten Mal darauf an, was denn damals los war. Zum einen in Cleveland. Er ist debütiert damals mit Mickie James, hat man ihn dann wieder weggeschickt zur OVW. Nicht gut gewesen. Dann kam er an als World Heavyweight Champion. Randy Orton hat ihn Backstage verprügelt und man hat ihn den Gürtel abgenommen, ohne dass er überhaupt gekämpft hat. Böse. Und dann sagt er tatsächlich, vor zehn Jahren bin ich hier aus Cleveland weggegangen. Und das war damals bei Raw. Das war der Royal Rumble. Dann ist er ja rausgeflogen, von Kane eliminiert worden und dann sollte er bei Raw auftreten und dann war er nicht mehr da. Und dieses Raw war in Cleveland. Ich kann verstehen, dass ihr enttäuscht wart. Ich entschuldige mich dafür. Die zweite Entschuldigung heute in der Show übrigens. Das fand ich ganz gut, weil man es endlich mal angesprochen hat. Und dann geht er über zu seinem Deal. Und auch das habe ich was meckt damit, Tobi. Ich habe gehofft, dass man da mehr drauf hat. Dass CM Punk jetzt einfach den Vertrag nimmt, der ihn am meisten einbringt. Und er sagt tatsächlich, der Deal von Adam Pearce, der ist besser als die anderen. Er sagt jetzt nicht, ja, es geht ums Geld. Das sagt er nicht, aber das spielt da so ein bisschen mit rein. Meine Zukunft startet jetzt und jetzt möchte ich alles richtig machen. Denn CM Punk ist bei Raw. CM Punk ist zu Hause und dann unterschreibt er CM Punk einen Raw-Vertrag. Ja, will sich dann feiern lassen und dann kommt ein Mann, der stört dann. Wie fandest du das bis dahin? Also ich habe jetzt so ein bisschen einen anderen CM Punk erlebt irgendwie. Also ein bisschen einen, den ich eigentlich lieber mag, wollte ich sagen. Ich habe die Promo bei SmackDown leider noch nicht gesehen. Und deswegen kann ich da noch nicht sagen, wie viel anders es war. Ich habe aber sehr viel Positives, ehrlich gesagt, darüber geredet. Also das ist wirklich sehr, sehr viel mehr Feuer hatte als die erste Promo und da ist wirklich auch mehr Inhalt drin war. Das stimmt, ja. Hier, ich fand, das alles bis zur Vertragsunterschrift, ich fand es, ich würde sagen, Schulnote eine 3+, vielleicht sogar eine 2-. Also ich fand es vollkommen in Ordnung und ich fand es gut, dass er irgendwie Futter hatte und dass er Substanz hatte. Und das ist halt, der CM Punk, der mir ganz gut gefällt, der Geschichtenerzähler CM Punk. Ich habe jetzt schon viele Kommentare gelesen, die sagen, es ist so sehr ähnlich wie seine ersten Promos, die er damals bei All Elite Wrestling gehalten hat, dass er dann halt irgendwie in der Vergangenheit kramt und versucht irgendwie einen positiven Twist rauszuziehen, was man heute daraus lernen kann oder wie viel ihm das bedeutet und so. Aber finde ich nicht schlimm. Also ich meine, wenn am Ende des Tages ist es doch immer noch CM Punk, er spielt doch nicht ein anderes Gimmick, er spielt nicht einen anderen Charakter. Oder wenn das im Jahr ab 2021 der CM Punk ist, der Geschichten rauskramt, um damit neue Geschichten erzählen zu wollen, ist das für mich vollkommen fein. Ich hatte einfach nur das Gefühl, am Ende des Tages ging es ja einfach nur darum, diese Sache mit dem Vertrag abzuhaken. Und dafür war es halt sehr, sehr lang, bis wir zu diesem Punkt gekommen sind. Dass er bei Raw unterschreibt, glaube ich, war ja für die meisten Menschen klar, weil ich meine, was soll er jetzt bei SmackDown? Da hat er wenig Berührungspunkte. Die großen Money-Matches sind alle bei Raw. Ob das jetzt ein Drew McIntyre ist, der mal am Anfang der Promo erwähnt hat, ob das ein Seth Rollins ist oder ob das auch ein Cody Rhodes ist. Das sind alles Matches, die wir sehen wollen. Ich brauche nicht CM Punk gegen LA Knight zu sehen, tut mir leid. Also als Promo wäre das bestimmt irgendwann in einem Jahr mal cool oder in zwei Jahren, aber das ist nicht das, was ich jetzt sehen will. Von daher war es keine Überraschung. Ich fand es okay, aber es wurde ja noch ein bisschen heißer. Ja, ja, gleich wird es deutlich heißer. Ja, es war jetzt keine Überpromo, aber ich meine halt so dieser Vibe, der da mit rumgeschwunden ist. Also erstmal das, was du zuletzt gesagt hast, wenn du ordnst jetzt rüber zu SmackDown, Gold richtig, den brauchen wir jetzt wirklich nicht. Und CM Punk bei Raw finde ich auch absolut richtig. Da sind die Storys und Raw ist nach wie vor die geilere Show aktuell. SmackDown kann ich mir manchmal nicht so richtig gut angucken. Da bin ich auch ein bisschen mehr am meckern. Aber bei Raw, das liebe ich aktuell. Und mit CM Punk, der flügt sich da jetzt ein. Und ich sage dir auch, warum? Weil jetzt, also die Promo bei SmackDown wurde ja vor allem deshalb gefeiert, weil er da rausgeschutet hat. Weil er zwischendurch mal so zwei, drei Sachen auf AEW oder Kevin Owens oder was da gewesen ist. Ist ja schön und gut, aber das ist wirklich was, das ist was für die Marks, für die, die sich jetzt freuen, für die Die-Hards, die dann sagen, jawohl, CM Punk shootet jetzt. Das ist der Krieg, den wir sehen wollen. Die freuen sich dann, aber das ist nicht das, was ich bei Raw sehen möchte. Man kann es zwischendurch ein bisschen mitschwingen lassen. Ich finde es auch immer gut, wenn man die Realität mit einbezieht. Okay, aber ich möchte jetzt eigentlich den CM Punk, den ich aus der WWE kenne und den die Leute aus der WWE auch kennen. Und dass man dann jetzt die Rückgriffe dann macht und jetzt damit anfängt, langsam das aufzuarbeiten und zu sagen, damals das war halt scheiße. Und dass man zumindest mal einmal sagt, liebe Leute, ich bin gegangen und es tut mir leid. Ja, auch wenn es nur eine Promo war, aber das bedeutet mir so als WWE-Fan auch mal mehr. Ich denke auch, so ein Rollins, der freut sich dann auch, dass er das dann wirklich mal hören kann, auch wenn es nur in seiner Rolle da im Ring war. Deswegen war das für mich so ein bisschen näher dran. Er spielt natürlich jetzt den Publikumsliebling, aber er wird jetzt auch Ecken und Kanten kriegen. Also ich glaube, jetzt bin ich davon überzeugt, also ich bin jetzt davon überzeugt, dass er jetzt ein bisschen tiefer reingehen wird die nächsten Wochen. Das habe ich ja auch kritisiert gehabt, die ersten Male. Dass er nicht ganz so diese Edge, dieses Straight Edge, aber diese Edge, aber er muss sich jetzt erstmal wieder bei Raw bemühen und deswegen finde ich es auch gut, er geht ja zwischendurch dann noch zweimal dann Backstage ein bisschen rum und trifft auf die Leute. Da hatte ich dann auch so ein bisschen die Wahrheit, okay, CM Punk ist wieder da, der fügt sich jetzt ein. Es ist wieder der alte CM Punk, aber ein bisschen verändert. Ich weiß, er wird im Ring sowieso abliefern. Der hat ja sein letztes Match gegen Samoa Joe, war ja auch ein Traummatch. Das kann ja nach wie vor, das wird toll werden und auch das mit der Schwodens wird toll. Deswegen, ich bin jetzt erstmal fein damit. Ich bin gespannt, was CM Punk jetzt leisten wird bei Raw die nächsten Wochen. Naja, du musst dir das auch mal so vorstellen. Also ich bin wirklich jemand, wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt, der ist einfach unfassbar bunt und ich habe einfach sehr, sehr auf den Job gewechselt. So, ich habe mal Projektarbeit für sechs Monate gemacht, Projektarbeit für zwölf Monate gemacht und wenn du jedes Mal in eine neue Firma gehst, lernst du immer wieder neue Kollegen kennen und dann musst du irgendwie mit denen interagieren und musst du interconnecten und so. Der Typ war zehn Jahre weg. Schau doch mal wirklich, wie viele Leute, die damals regelmäßig bei Raw und Smackdown gekämpft haben, heute überhaupt noch unter Vertrag sind. Dass er jetzt, also ich meine, Drew McIntyre war glaube ich damals höchstens 3MB. Die hatten ja beide nichts zum Beispiel miteinander zu tun. Also auch wie haben sich die Leute, hat sich das alles verändert in der ganzen Zeit. Jetzt bringt der Typ einfach noch ganz, ganz viel Ballast mit. Wir wollen, wir wollen ja alle, dass es, wir warten ja alle darauf, dass es knallt und die Leute machen ja schon Wetten, bleibt er überhaupt bis Bash in Berlin da oder so. Gebt dem Mann einfach mal Zeit, sich zu akklimatisieren, auch in Segmenten. Ich fand die Segmente auch, die Leute, die Backstage alles mitlesen, alle News lesen, wissen, dass CM Punk und Kofi Kingston früher krass miteinander befreundet waren. Die waren fett enge Freunde, die engsten Freunde damals und das hat sich einfach, das hat Kofi selber auch in Interviews dann gesagt, das hat sich besonders nach seinem Abgang dann einfach verlaufen und dass die beiden jetzt auch die Möglichkeit haben, wieder miteinander zu reconnecten und dass man das sogar offen im Fernsehen zeigt, sowas finde ich einfach schön und ich finde einfach, ich finde das einfach nett im Wrestling. Ich meine, es gibt so viele krasse Geschichten und so viel Hass, selbst wenn du so ein Wrestling-Manager-Spiel wie Extreme Warfare Revenge spielst, sind da Relationships angelegt, welchen Wrestler hast du und sowas. Wrestling ist ein scheiß egomanisches Business und wenn dann Leute im Streit auseinander gehen und dann irgendwie wieder zusammenfinden, das ist doch was Schönes, lass uns doch mal daran festhalten. Lass uns doch mal daran festhalten, dass der Mann, der offensichtlich zehn Jahre Groll auch hatte, weil die ihn an seinem fucking Hochzeitstag gefeuert haben, die Möglichkeit hat, das hinter sich zu lassen und den ganzen Ärger hinter sich zu lassen, es ist auch mal okay, Entschuldigungen zu sagen und es ist auch mal okay, zu vergeben und zu vergessen und Sachen gut sein zu lassen, lasst uns einfach ein bisschen abwarten. Ja, würde ich nämlich auch sagen und dieses ganze Außengedöns einfach mal weglassen. Also jetzt spätestens mit dieser Unterschreibung, Unterschrift, ist sie am Punk bei Raw angekommen und so hat es sich dann später dann noch angefühlt und jetzt würde ich ihn einfach als in seiner Rolle bei Raw sehen und dann auch entsprechend beurteilen und gucken, ob das passt oder ob es nicht passt. Ich hatte die starke Vermutung, dass er jetzt edgier wird und das liegt vor allem an einem Mann, der jetzt reinkommt und den Siam Punk ein wenig stört. Das ist der Mann mit den zwei Mittelfingern gewesen, Seth Rollins. Er kommt jetzt rein und die beiden mögen sich ja nur wirklich nicht. Wir wissen nicht exakt, ob das jetzt ein Work war oder nicht. Ich glaube langsam vielleicht doch, weil man macht jetzt zumindest eine Storyline draus und genauso muss es sein. Die beiden stehen im Ring. Es gibt einen langen Stairdown zwischen den beiden. Für mich einer der Momente des Jahres, dieser Kurs, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, halbe Minute, Minute. Es war traumhaft und die Crowd braucht einen Moment. Ich muss überlegen, wo sind wir jetzt eigentlich? Vorher alles Siam Punk. In dem Moment, als sie gegenseitig standen, haben sie aber nur den Song gesungen. Also ich habe nur den Seth Rollins Song gehört. Später kam wieder Siam Punk rein und das finde ich spannend und ich sehe einfach nicht, dass Seth Rollins als der Company Guy, dass er jetzt auf die böse Seite wechselt mit seinen Fans im Rücken. Deswegen muss Siam Punk, um das noch ein bisschen spannender zu machen, muss er jetzt immer wieder so ein bisschen böser sein. Das wird passieren. Die Crowd singt, die Crowd singt Siam Punk. Willkommen bei Monday Night Rawlins. Die beiden stehen sich gegenüber. Tut mir einen Gefallen, mein lieber Freund, und nenn diesen Platz nicht dein Zuhause. An der Stelle kommen die Siam Punk-Trance wieder raus. Du hast diesen Ort verlassen, du hast versucht, uns alle hier zu zerstören. Du hast uns allen geschadet, das ist nicht dein Zuhause, das ist mein Zuhause. Und das werde ich von Leuten wie dir beschützen. Mit jeder Faser in meinem Körper hasse ich dich. Das sagt Seth Rollins, unser Top Babyface bei Monday Night Raw und ich kriege eine Gänse aus. Das ist deine allerletzte Chance, Siam Punk. Also entweder zeigst du, wer du wirklich bist und du kommst auch hier nicht klar und wir schmeißen dich wieder raus oder du hast dich wirklich verändert und dann verdienst du dir hier nach und nach ein Titelmatch gegen mich und dann zeige ich dir im Ring, was es heißt, der Best in the World zu sein. Siam Punk-Antwort noch mal, ich gehe den harten Weg. Ich habe mir nie was schenken lassen. Ich bin im Royal Rumble Match, er bestellt euch das noch mal und wenn ich gewinne, dann gehe ich ja vielleicht auf deinen Titel. Das heißt, man hat es geschafft von dieser mega persönlichen Situation, dieser Fede zwischen den beiden, der Fede zwischen zwei Welten, dass man dann das Ganze wieder runterbringt. Dafür sind es natürlich die Profis auf dieses Royal Rumble Match, auf dieses Titelmatch. Irgendwann wird das Match kommen, das wird geteased, die werden nicht dran vorbeikommen, Siam Punk. Und da freue ich mich doch jetzt aktuell sehr drauf. Mein Gänsehaut-Moment hatte ich schon vorher, den hatte ich nämlich schon beim Staredown. Dieser Staredown, das war ein, das war ein Wrestlemania-Moment. Also da hat eigentlich nur das Wrestlemania-Logo im Hintergrund gefehlt, wirklich, oder dass einer von den beiden darauf zeigt oder beide da so hingucken wie Undertaker und Triple H damals ohne ein Wort zu sagen. Also es hat einfach nur noch gefehlt. Und diese Promo war fantastisch. Also ich sage es euch, wie es ist, jeder, der hier gerade zuhört. Ab dem Moment, wo Seth Rollins rauskam, war das ein Must-See-Segment. Vielleicht war das sogar eines der besten Segmente des Jahres. Vielleicht ist das ein Segment, was wir uns die nächsten fünf Jahre immer wieder angucken werden. Weil das war Money. Das war Money. Und wenn man, also beide wissen, dass in diesem Match viel Geld liegt, ob die sich leiden können oder nicht, ist scheißegal. Weil das sind beides Profis. Die werden sich nicht Backstage in den Headlock nehmen. Die werden sich nicht darüber streiten, ob sie Glas benutzen oder nicht. Die beiden sind Profis und können miteinander arbeiten. Keine Ahnung, wie das Match wird. Wirklich nicht. Weil ich kann nicht einschätzen, ob CM Punk wirklich mit Seth Rollins mitgehen kann. Und das hat er halt auch gesagt. Du bist der alte Panzer. Hast du überhaupt noch was drin oder sonst irgendwas? Bro, diese ganze Promo war einfach Money. Und CM Punk muss nicht mal den Royal Rumble gewinnen, um dieses Match gegen Seth Rollins irgendwie zu kriegen. Viele Wege führen nach WrestleMania. Mania. Aber es steht fest, wir werden dieses Match safe an Tag 1 oder Tag 2 sehen. Alles andere wäre richtig dumm. Richtig dumm. Und was ich auch geil fand, du hast es so ein bisschen im Nebensatz erwähnt. Nee, CM Punk hat deutlich gemacht, ich bin der zweite Teilnehmer im Royal Rumble. Was jetzt natürlich, viele haben damit gerechnet, aber es bedeutet auch, dass der Mann wirklich zehn Jahre nach seinem letzten WWE-Match sein nächstes WWE-Match bestreiten wird. Das sind Geschichten. So eine Geschichte schreibt eigentlich nur der Fußball oder Wrestling. Das ist einfach krass. Zehn Jahre und er tritt wieder in einem Royal Rumble an, wo er das letzte Mal schwitzend mit einem Knoten im Rücken rumlag und nichts gemacht hat, wird er jetzt sein Comeback feiern. Ich hoffe nicht als Nummer 30. Gib ihm Workouts, lass ihn die Nummer 3, 4, 5, was auch immer sein, ist mir scheißegal, aber ich hab keinen Bock, dass der erst als Nummer 30 oder wir warten alle, weil willst du den ganzen abends hier einen Punk-Rufe in dem Royal Rumble-Match hören? Würde ich nicht machen. Ich würde ihn als Nummer 3, 4, 5 rauskommen lassen. Lass den Mann arbeiten. Selbst wenn er am Ende gewinnt, lass den arbeiten. Ist mir scheißegal, der muss da durch. Der muss leiden. Der muss ein schönes, schönes 40, nee, Entschuldigung, Royal Rumble geht immer 60 Minuten. Schön 60 Minuten muss der arbeiten, der Junge. Ja, so wie Gunther letztes Jahr oder 70 Minuten, ja. Ich hab bei SmackDown, ich hab mich dafür stark gemacht oder ich hab die Meinung, dass CM Punk nicht im Main-Event sein sollte. Das Match, ja, auf der WrestleMania-Card oder Royal Rumble. Nee, Royal Rumble ist ja jetzt drin, weil das ja blöd sind. Aber auf der WrestleMania-Card muss es sein, aber nicht im Main-Event. Und ich finde eher, dass Rhea Ripley in dem Main-Event gehört für all das, was sie geleistet hat, dass man da ein Money-Match aufbaut. CM Punk sollte nicht sofort dafür belohnt werden oder als Neuankömmling wiederherkommender, dass er dann da direkt das Match bekommt. Aber dann ein Jahr später, man kann's ja aufbauen, man kann sagen, du hast deinen Traum jetzt nicht gekriegt und dann machst du so eine Cody-Story. Das ist auch eine Kritik, weil es ist ja eigentlich die Cody-Story. Mal gucken, wie sie das dann lösen werden. Du sagst die Nummer 30 auf keinen Fall. Das fand ich bei Cody Rhodes auch schon schlecht. Es ist angekündigt, die Überraschung ist weg und dann, yay, Cody kommt von der 30 und hat den leichtesten Spot und gewinnt. Das hab ich ja auch nicht so gefühlt letztes Jahr. Nee, fand ich auch nicht so gut. Aber ich find deinen Einwand super. Ich find den Einwand auch gut mit dem Ein-Jahr-Warten. Die Frage ist, wenn jetzt alle schon darüber spekulieren, wie lange er bleibt, haben die überhaupt noch ein Jahr dafür, um das dann zu machen? So ist halt die eine Frage. Aber das entscheidet auch. Die andere Frage ist, macht sein Körper das mit? Sehr, sehr oft verletzt. Vielleicht ist der Mann, umso älter er geworden ist, auch injury-prone geworden. Also verletzt dich einfach. Deswegen ist halt die Frage, wie weit willst du das hinaus zögern? Wie oft hast du die gelegen? Das Match ist jetzt heiß. Das Match wird nicht nächstes Jahr heiß. Und bevor du jetzt mit Rhea Ripley, gegen wen denn? Gegen wen soll denn Rhea Ripley ein Match bestehen? Gegen Becky Lynch? Glaubst du, die klingen das jetzt nochmal so heiß in den zwei, drei Monaten? Naja, Jax ist es jedenfalls nicht, hoffe ich. Ja, das muss man sehen. Das ist das Problem. Aber ich finde, man hat Rhea Ripley so stark dargestellt und zu einem neuen Superstar in der WWE gemacht. Das sollte man dann auch zementieren. Also ich fände das schon fair, wenn sie das bekommen würde. Aber klar, das ist das Money-Match. Das ist WWE-Denken, das zieht die Leute. Dann kann es auch sein. Andererseits ist es natürlich auch für die Worker so ein bisschen, der kommt wieder. Das ist ja wieder so dieses Ambivalente. Möchte ich das wirklich, dass ich meinen Leuten sage, geht zehn Jahre weg, schimpft über uns und ihr kommt wieder und kriegt ein Money-Match. Also ich habe vorhin tatsächlich ein Interview von jemandem gelesen, aber ich weiß gar nicht mehr, welcher Wrestler das war, der exakt dasselbe gesagt hat wie du, dass er sich im Prinzip auch erstmal hocharbeiten muss und zeigen muss. Ich hoffe, das war nicht Bully Ray. Wenn ja, tut es mir leid. Die Sache ist einfach, wir haben WrestleMania an zwei Tagen. Rhea Ripley und CM Punk können bei dem Main Event stehen, weil welches Match soll denn Roman Reigns jetzt haben, was so krass wichtiger wäre als Seth Rollins gegen CM Punk. Also Roman Reigns hat jetzt ein Problem, nicht die Women's Division. Roman Reigns hat jetzt ein Scheißproblem, dass er nicht mehr wichtig genug ist, um im Main Event von WrestleMania zu stehen. Wer ist er denn? Das ist eine harte Aussage. Das glaube ich nicht. Sorry, wer ist er denn? Roman Reigns ist festgesetzt. Wahrscheinlich gegen Cody. Ja, er ist nicht da, das ist richtig. Was ist größer für dich? Reigns gegen Cody, was wir letztes Jahr schon hatten, oder Rollins gegen Punk? Für mich ist es Rollins gegen Punk. Ja, das ist jetzt schwierig für mich, weil ich bin ja auf Reigns gegen Cody generell nicht so mega heiß, war ich ja letztes Jahr auch nicht. Ich war ja einer der ganz wenige, der sich gefreut hat, dass man das mit Cody Rhodes nicht gemacht hat. Ja, Punk gegen Rollins habe ich definitiv mega Bock drauf. Aber Reigns gegen wen auch immer, man muss halt einen aufbauen, man muss halt einen finden. Und wenn es nochmal semi-sehen ist, vielleicht nochmal, das könnte doch sein, dann würde ich mich freuen, dann wäre es ein Money Match. Ja, The Rock lassen wir mal außen vor angenommen, er würde kommen, dann ist es gar keine Frage, dass das das große Match ist. Ja, ja. Da sage ich auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwelche Usos drin, du kannst auch so ein Bloodline, Fatal 4-Way oder irgendwie sowas machen. Also ich sehe Roman Reigns definitiv gesetzt in Nacht 2. Das ist die WWE. Die werden ihm sein nächstes Main Event reinbringen und nach Einbildung kämpft. Aber das ist interessant. Wir werden sehen. Machst du Zweifel. Wir werden sehen. Wir werden jetzt auch weiter in dieser Show sehen. Genug über das Tier im Punk geredet. Er kommt gleich nochmal, so viel kann ich sagen. Ein bisschen Abwechslung. Gehört ja auch zu so einer Show dazu. Ivar und Valhalla. Ja, krasser Wechsel. Die stören sich immer noch an Bronson Reed. Heute aber wird Bronson Reed besiegt werden. Sagen Sie uns, Bronson Reed hingegen stört sich immer noch an Ivar. Heute kommt die Wikinger-Beerdigung. Das sagt er uns. Das ist ein Rematch. Ivar gegen Bronson Reed. Da habe ich ja nichts gegen zu sagen. Ist ja in Ordnung. Aber gut. Aber es ist halt auch der Spot nach CM Punk. Man muss jetzt wieder ein bisschen was tun. Draußen im Match gibt es so ein Doppel-Cross-Buddy. Booms. Keiner ist geplättet. Das habe ich gedacht. Die gehen ja so auseinander. Das ist ein inelastischer Stoß. Die Energie ist in so ein mini-schwarzes Loch geflossen. Das fand ich ganz cool. Ivar verhindert den Tsunami nach drinnen. Macht dann selber einen Cannonball. Der ist groß. Der ist dick. Der macht einen Cannonball nach draußen von Toprope raus auf den Bronson Reed. Und dann gewinnt der Bronson Reed ist jetzt nicht so mega gut. Aber an der Stelle, in der Card, fand ich das schon eine richtige Entscheidung, das zu machen. Ja, du musst die Leute ja auch ein bisschen runterbringen nach so einem Segment. Und die Fede ist auch nicht vorbei. Die haben sich nämlich Backstage nach Raw irgendwie auch noch mal ein bisschen gekabbelt. Die Sache ist halt, guck mal. Ich beschwere mich bei Dynamite. Ja, hallo Leute. Ihr könnt mich nächste Woche wieder hören. Diese Woche wird Jazzy dabei sein. Beschwere ich mich ja darüber, dass es in jedem Match um irgendwas geht. Und wir haben hier bei dieser Raw-Ausgabe, wenn ich richtig sehe, ging es in keinem Match um Titel oder sowas. Oder auch nicht um einen Number-One-Contender-Spot. Also ich glaube, da, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und das wäre schizophren, wenn ich einerseits mich darüber beschwere, dass es in jedem Match um was geht und mich andererseits darüber beschwere, dass es in keinem Match um was geht. Die haben wir eine goldene Mitte. Und ich finde auch einfach, ich vergesse einfach mal, warum. Und meinetwegen vergesse ich auch die letzten Wochen von so einer Midcard-Fede. Weil am Ende des Tages, immerhin gibt es ja ein bisschen was. Immerhin, das muss mir ja nicht alles gefallen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich da nicht wenigstens ein bisschen Mühe geben würde. Wir haben Videos gesehen, wo die Leute geredet haben und vorgestellt worden sind. Wir haben die in mehreren Match-Konstellationen gesehen. Unter anderem in einem Four-Way-Match, wo es darum ging, Number-One-Contender für den Intercontinental-Title zu werden. Das heißt, die haben mindestens seit einem Monat miteinander zu tun. Wer bin ich denn, um jetzt hier zu sitzen und zu sagen, das ist scheiße? Nee, es gefällt mir nur selber vielleicht nicht, weil es nicht meine krassesten Charaktere sind, die ich liebe. Aber das Match war mindestens okay. Man konnte sich das angucken. Man hat nette Spots drin. Es ist wirklich, kann man wirklich bringen. Es ist wirklich in Ordnung. Ja, definitiv. Und es ist halt, das vergisst, vernachlässigt man immer. Ihr hört jetzt hier in der Review zu einer ganzen Show und wir sitzen hier und wir müssen alles, was passiert, einmal irgendwie einordnen, ein bisschen was drüber labern. Das sind alles Dinge, da labert keiner mehr drüber nach heute. Man redet über den Auftakt, man redet über CM Punk, man redet am Ende über den Main Event, wenn überhaupt. Und dann hat man seine Sachen gefunden. Das war früher auch nicht anders. Alle Erinnerungen, die ihr an früher habt, die tolle Attitude-Era, war genauso. Da habt ihr die einzelnen Sachen im Kopf und diese Nebensachen, diese kleinen Matches, scheiß was drauf. Gehört auch zu so einer Show dazu, da müssen wir auch ein bisschen übergehen, dass wir das nicht zu kritisch sehen, weil ich fand auch diese Raw wieder trotz solcher Sachen einfach mega gut. Sie empfangen? Darf ich noch ganz kurz dazu was sagen? Ja, klar. Du brauchst es ja sowas. Du brauchst doch, du hast doch einfach drei Stunden, die du filmen musst. Und ich meine, wir können darüber die ganze Zeit diskutieren, wie krass die Main Event Szene von Raw ist. Und natürlich, ich gebe zu, ich würde mir für die Midcard einfach ein bisschen mehr was wünschen, weil der Intercontinental Champion hat nicht wirklich irgendwie eine krasse Fede, die jetzt irgendwie das nächste große Kapitel, okay, hier ist noch ein bisschen vielleicht was passiert. Wir warten mal ab. Take-Team-Titeln ist es ja auch so, dass die eher hostage gehalten werden. Über die Women's Take-Team-Titel will ich eigentlich gar nicht mehr reden. Müssen wir aber wahrscheinlich heute noch mal ein bisschen reden. Och, das haben wir schon vor zwei Jahren aufgegeben, aber wir müssen weitermachen. Aber was ich meine ist einfach, in der Attitude-Era hast du in der Midcard ein Match gehabt, Takami Ishinoku gegen Gangrel. Digga, wer erinnert sich denn noch an so ein Drecksmatch? So ist das doch einfach. Und hier, es ist doch nicht so, dass hier einfach nur random zwei Typen gegeneinander catchen. die haben wirklich eine Fede, die seit vier Wochen geht. Das ist keine Main-Event-Fede. Es geht nicht um Titel. Wir erfinden nicht noch einen Titel. Aber es gibt eine Geschichte. Und das akzeptiere ich. Ich sage nicht, dass ich es geil finde. Ich sage nicht, guckt euch das alle an und das ist Bahnbrechen. Aber was haben wir denn für Erwartungen, wenn wir das wirklich niederreden und schlechtreden? Das ist doch okay. Ja, ich bin auch, weißt du noch, wenn ich 10 von 10 Punkte gebe, mache ich öfter mal bei Payback, wir sagen, wir können doch nicht machen, da war das und das und das Match und da war doch mal langweilig und das war nicht gut. Und nein, 10 von 10 sind das, du kannst nicht 100% geile Show machen. 10 von 10 heißt, wenn du mega unterhalten bist, wenn du am Ende deine Momente hast, deine Matches hattest und einfach Spaß gehabt hattest und eine geile Show gesehen hast. Das sind 10 von 10 und auch diese Raw, ne, waren jetzt keine 10 von 10, aber diese Raw war besser als diese Zwischensegmente. Aber am Ende des Tages ist es doch sowieso eine subjektive Meinung. Ich sitze hier, der so und so Wrestling aufgewachsen ist, so und so Wrestling geguckt hat, das und das Wrestling geil findet und die und die Wrestler geil findet. Du hast deine eigene Meinung und da draußen sitzen hunderte, tausend Leute, die alle ihre Meinung haben und die ist alle legitim. Die ist alle legitim. Jede Meinung ist legitim, wenn ihr die begründen könnt. Einfach nur zu sagen, das fand ich scheiße, hat mir nicht gefallen, das ist halt blöd. Das sind nicht beides meine Wrestler. Ich kann das ja begründen, warum das nicht meins ist. Das ist halt der Unterschied. Aber alle Meinungen sind valide und ich finde es einfach geil, mich mit jemandem auszutauschen, der wirklich einen ganz anderen Einblick darauf hat. Ich finde es super geil. Ich lese wirklich alle Kommentare unter den YouTube-Videos immer durch, weil ich mag einfach die verschiedenen Meinungen. Ich will verstehen, warum seht ihr das anders? Warum fühlt ihr das anders? Deswegen teilt es bitte einfach weiter und wenn euch unsere Meinung nicht passt, schreibt uns das einfach und sagen wir es nächste Woche nochmal. Ja, oder hört euch was anderes an. Ja, nee, das ist genau das. Apropos, dann schreibt doch auch Kommentare. Ja, nee, macht das doch einfach mal. Und Daumen nach oben. Es gibt eine Glocke, die bimmelt, Weihnachten, hallo. Ihr wollt doch wohl eine Glocke bimmeln hören, dann trinkt die auf die Glocke. Und Abonnement auf YouTube kann man machen. Man kann Sterne verteilen, Spotify. Man kann ganz viel hören, sehen, alles, Spotify und so weiter. Abgehakt. Check, habe ich das auch? Ich möchte... Ja. Der größte Tipp ist noch, du kannst auch einfach bei Spotify oder YouTube auf die Teilenfunktion gehen und deiner Mama diese Folge per WhatsApp oder so weiterleiten. Die freut sich am meisten, weil hier zwei hübsche Männer sitzen im mittleren Alter, die über Ketschen reden. Ja. Fair sitzt neben mir. Deshalb. Ja. Und dann könnt ihr nämlich eurer Mama erzählen, dass CM Punk jetzt beim Judgment Day vorbeigegangt ist. So, ich mache wieder den roten Faden rein. Und das ist das erste Mal oder nach diesem Rolling Segment das zweite Mal, dass ich jetzt verstanden habe, CM Punk ist ein Wrestler bei Raw, ein Superstar, der jetzt jede Woche da antreten wird und auch die anderen Leute kennenlernt. Das war ein bisschen surreal. Aber auf einmal steht CM Punk vor dem Judgment Day und der fragt, wo Mami ist. Der stichelt direkt mal so ein bisschen. Dann sagt der David Preece, willkommen zu unserer Show. Und er sagt, willkommen zu unserer Show. Ich hoffe, dass du hier deine Story beendest, denn dann, Warte, Koffer auf dich. Das ist toll. Das war das mit CM Punk. Und jetzt gehen sie zum Ring. Judgment Day. Die sagen so, wir sind stark im Wesentlichen. So fünf Minuten lang, wir sind stark. Es gibt eine einfache Botschaft. Egal, ob ihr es schon mit uns zu tun bekommen habt oder ob ihr gerade erst zurück seid oder ob ihr neu hier seid wie die Creed Brothers. Ihr seid alle gewarnt. Judgment Day ist stark. So mit Mysterio kann man nicht verstehen. Er wird wieder ausgebucht. Macht er nicht. Und dann kommt Archous. Ja, wir können uns unterhalten, ob Archous jetzt für den Judgment Day entweder richtig gut wird oder richtig schlecht wird. Das können wir gleich machen. Archous wollte ja dekorieren. Er kam aber nicht rein. Ging ja nicht. War ja abgeschlossen. Damien Priest ist der Einzige, der jetzt Bock drauf hat. Der lässt jetzt Archous so rein. Falle. Habe ich mir sofort gedacht. Falle. Dann sagt der Archous und er sagt Wahrheiten. Deswegen heißt er ja auch so. Wie wäre es denn, wenn wir JD McDonough aus dem Team rausschmeißen? Den mag doch eh keiner. Haha, hat er ja recht. Der Damien Priest war ja auch lange dagegen. Und Damien Priest, hör mal, du solltest aufhören, so den Boss zu markieren. Du bist zwar ein toller Boss und ich mag dich, aber du machst doch die Mami sauer. Und Archous hat voll recht. Und Damien Priest sagt dann so, ja, wir lieben alle Archous. Alle hier, ihr liebt ihn und dann Finn Balor liebt ihn auch. Aber ich liebe ihn nicht. Alle außen mit mir und dann verprügeln die den armen Archous. Und zwar so sehr, dass die Creed Brothers jetzt retten müssen und die schaffen das auch mit zwei gegen vier. Dann die Judgment, der dann weg Archous ist, auch wieder, der steht hier auf dem Bein, der arme Mann irgendwie. Habe ein bisschen Mitleid gehabt. Und Judgment, der hat jetzt offensichtlich ein Archous-Problem. War super. Das hat mich richtig gut unterhalten und weil ich mich eben so gefreut habe und gesagt habe, alle sollen bitte ihre eigene Meinung haben. Wem das gefallen hat, lasst euch die Meinung nicht von mir kaputt machen. Für mich war das der Tiefpunkt der Ausgabe. Ach komm schon. Nur weil du Archous nicht magst. Digga, da war nichts gut. Einfach wirklich, da war nichts, nichts daran fand ich in Ordnung. Also auch nicht mal annähern. Da war, ihr wart letzte Woche nur die Hälfte, ja? Und dann habt ihr offensichtlich, ist die Welt für euch untergegangen. Ihr könntet doch einfach rausgehen mit Baseballschlägern und einfach alle zusammenschlagen. Nee, ihr geht in den Ring, um an niemanden eine Promo zu richten. Niemand hört euch zu. Warum? Die Creed Brothers, die haben eben noch gerade mit den anderen rumgeplänkelt. Wahrscheinlich haben sie den Maxine irgendwie einen Eisbeutel auf die Schulter gelegt. Deswegen kamen sie auch so zu spät. R-Truth hat auch keine Freunde offensichtlich, sonst die ihm helfen können. Das ist, das ist untere Midcard. Was, was, das ist unser Main, was ist passiert bei Wargames? Die sind gebrochen. Ach, verdammt, sei doch nicht so. Es ist doch Weihnachten oder Advent oder so. Hast du denn schon Advent? Ach, Ich wollte mich heute nicht aufregen. Du willst meine Meinung dazu hören, es tut mir leid. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Aber das meine ich ja, das ist, habe ich ja gesagt. Also zum einen, die Leute wissen, dass ich sowas mag, so einfach so Quatsch und allweilen muss auch mal sein. Das ist ja eine ganz andere Meinung. Aber deswegen frage ich ja mit R-Truths, weil ich weiß es nämlich wirklich nicht. Also R-Truths kann definitiv Storys aufwerten und der kann auch, der sorgt auch dafür, dass ein Unterhaltungsfaktor reinkommt in eigentlich langweilige Geschichten. Ich meine, er hat Brock Lesnar zum Lachen gebracht. Alleine das. Deswegen ist R-Truths per se nicht schlecht. Also ich sehe das gerne, wenn R-Truths irgendwas macht in irgendeiner Story. Aber der Judgment Day ist ja eigentlich eine weniger amüsante Truppe, möchte ich mal so sagen. Da ist auch wenig Selbstironie drin. Die haben das mal gehabt, kurze Zeit, aber auch wieder ein bisschen abgeschaltet. Jetzt kann es natürlich sein und das ist also entweder ist der Judgment Day jetzt eh schon ausgelaufen und wir wollen dieses Böse nicht mehr und das ist jetzt eine richtig geniale Idee, R-Truths reinzubringen, um dann eine neue Stimmung zu machen. Oder, aber es ist einfach nur Judgment, der ist jetzt eh scheiße, da machen wir jetzt Klamauk und es funktioniert halt so gar nicht. Da bin ich überhaupt nicht sicher, ob das klappt. Naja, du kannst dich einfach nächste Woche auf das 3 gegen 3 Match zwischen den Creed und R-Truth gegen Finn Balor, Dominik und JD freuen und dann ist das in 10 Minuten abgehakt und du gibst das Take-Team-Titel-Match wahrscheinlich irgendwann oder so. Ne, das gibt es ja nächste Woche, deswegen muss ich dich korrigieren, können die gar nicht. Schon nächste Woche? Nächste Woche. R-Truth kommt rein. Wahrscheinlich. Deswegen greifen die Creed Brothers auf ein. Ich glaube, die möchte man pushen dadurch, dass die jetzt R-Truths retten. CM Punk ist immer noch da. CM Punk geht nicht nach Hause, er ist jetzt bei Raw und jetzt kommt CM Punk an Drew McIntyre vorbei. Ohohohoho. Adam Pearce steht dann auch so dazwischen, das kann er jetzt nicht zulassen. Drew McIntyre juckt die Story von CM Punk nicht und er juckt auch die Story von Cody Rhodes nicht, ihn interessiert nur seine eigene Story. Da war das dann auch schon wieder bei, ne? Drew McIntyre, und das sagt jetzt der Adam Pearce, Drew McIntyre hat sich einen World Heavyweight-Title-Match gegen Seth Rollins klargemacht. Nicht irgendwann, sondern neuer, am 1. Januar. Da werden wir sitzen und wir werden uns nachts Raw anschauen, denn Seth Rollins gegen Drew McIntyre ist eine große Nummer. Und dann geht er weg, ne? Und jetzt kommen so drei Schießgesellen, ne? Kofi Kingston kommt. Hast du ja schon gesagt, beste Freunde, deswegen ist das eigentlich auch ganz cool. Jamaican me crazy, ne? Da sagt da der CM Punk. Chad Gable ist auch dabei, möchte Hallo sagen, der macht den Punk auch. Und Ricochet, weil wir den ja schon wieder vergessen haben, dass es den gibt. Und dann ist das jetzt so, die gehen jetzt alle drei zu Adam Pearce rein. Ohne CM Punk, ne? Der hat ja jetzt sein Ding schon erreicht, ne? Da gibt's jetzt was Feines in Sachen IC-Title. Weil doch, du erinnerst dich, letzte Woche Gunther dem Adam Pearce gesagt hat, mach doch mal was. Er möchte eine Herausforderung haben. Offensichtlich heißt die Herausforderung Kofi Kingston, Chad Gable und Ricochet. Freuen wir uns doch drauf. Ich bin gespannt, was es draus wird. Also ich mag einfach so eine Segmente, wo das gesamte Roster irgendwie miteinander verwoben wird. Das ist was, was ich wirklich seit der ersten Review hier feiere. Ich mag das einfach, wenn man die Fühler ausstreckt. Ich mag das, wenn man mehrere Geschichten erzählt. Und vor allen Dingen, ich feiere das immer noch, wenn man alte Sachen einfach miteinander aufgreift. Ob das jetzt in der Promo von CM Punk war, wo er halt den Geschichtenerzähler ausgepackt hat, oder ich, der weiß, dass die beide halt miteinander befreundet sind, CM Punk und Kofi Kingston oder waren. und eben so einen Moment des Reconnections haben. Das sind Segmente, um Charakter in die laufenden Storys einzuführen. Einfach damit, er wird selber ein lebender Charakter wie in der Daily Soap. Er ist jetzt wieder da und er reconnectet, er connectet mit neuen Leuten. Ich finde alles gut daran. Alles. Ja, ja, ja. Solange man eben nicht nur am Shooten ist. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Also vergangener 3-0 ein Jahr, aber nicht nur, um da anderen Company zu schaden. Deswegen behaltet das bei, liebe Leute bei der WWE. Das nächste ist wieder so ein Ding, ja, haben wir gerade schon gesagt. Wir sehen jetzt einen Einspieler, relativ früh in der Show schon. Ich habe das zusammengefasst zu KC, KC Connection, Katie Katana und Caden Carter und so weiter. Die sind jetzt ein halbes Jahr im Main Roster und jetzt stellen wir die auch mal vor. Das ist so Party-Stimmung und alles und so Neon-Licht, yay. Und die sagen uns, ihre Ziele sind im Leben. Ich möchte gerne Tag-Team-Champion werden und zwar beide. Fand ich erst mal gut, dass es einen Einspieler gibt, aber naja. Und jetzt ist das Match nämlich. Die beiden, Katsi Katsi, gegen Kenneth DeRae und Indy Hartfield. Sind auch ein Tag-Team, deswegen kämpfen die dagegen. Piper Niven und Chelsea Green sind am Pult. Sehr zum Missvergnügen von Michael Cole, der das nicht mag. Und dann Tige Natti, die beiden sind auch, die schauen das aber im TV an. Die kommen gar nicht erst in die Halle rein. Michael Cole sagt, und ich zitiere, vielleicht kriegt der Sieger irgendwann ein Titelmatch. KC, KC, die gewinnen das Match. Und wie sich herausstellt, im späteren Verlauf der Show haben sie damit tatsächlich ein Titelmatch erreicht. Das heißt, wir haben nächste Woche nicht nur eins, sondern zwei World-Tech-Team-Championship-Titelmatches bei Raw. Ist das geil? Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten, weil es ist ja... Wir werden es gucken. Natürlich werden wir es sehen. Also, wir werden es auch nicht skippen, weil die fünf Minuten gebe ich mir auch bei dem Match. Also, mal ganz im Ernst. Einerseits, ja, das einzige Frauentag-Team, was WWE eigentlich hat, das kriegt endlich mal einen Push nach einem halben Jahr. Und ich finde es auch cool, dass es dieses Video vorher gab. Ich mag so eine Einspieler. Ich finde, ganz im Ernst, so eine 30-Sekunden, 60-Sekunden-Videos sollte es viel, viel mehr geben. Viel, viel mehr. Du kannst damit wirklich sehr, sehr gut Midcard-Acts einfach vorstellen. Du kannst sie warm halten. Du kannst eine ganze Menge damit machen. Aber WWE soll aufhören, erst in Menschen zu investieren, wenn sie die Idee haben, scheiße, vielleicht bist du mal der Contender auf dem Mann. Also, das ist doch totaler Schwachsinn. Wieso bringst du denn sowas nicht seit sechs Wochen kontinuierlich, jede Woche eine kleine Mehrgeschichte von denen? Vielleicht erzählst du auch mal Parallelgeschichten von mehreren Midcardern gleichzeitig. Das wäre einfach das, was ich mir wünschen würde. Dieses Match, Mann, also, zwei Minuten 30 oder was. Was soll ich denn da zusammenfassen? Das war, ja, die haben gecatcht. Ich habe es doch zusammengefasst. Dafür bin ich doch da. Ja, nee, aber was soll ich mir denn darüber auch für eine Meinung binden? Ich kann mir doch in zweieinhalb Minuten nicht, das war ja halbwegs sogar kompetitiv, das Match, aber was haben denn da beide ausgepackt? Das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe nicht. Willkommen bei Raw oder generell in der WWE. Wir reden nicht über Matches. Jetzt merkst du es auch. Ich will über Matches reden und ich will mich darüber aufregen dürfen, dass du nicht so Frauenwrestling interessant machst und aufbaust. Du baust nicht Frauenwrestling auf und machst Frauenwrestler spannend und interessant und das, wenn du selber, die einfachste Regel im Wrestling und beim Promoten ist, wenn du selber keinen Fick darauf gibst, was du den Leuten präsentierst, warum sollten die den Fick darum geben? Also sorry für meine Wortwahl, aber genau so ist es doch. Wenn ich selber nicht Leidenschaft und Herzblut und Schweiß und Tränen und mir wirklich Gedanken darüber mache, was ich denen präsentieren will, dann kommt diese Leidenschaft doch auch gar nicht rüber. Und im Moment finde ich die Women's Division so, wie die gerade präsentiert wird, die Tag-Team-Titel, ich reg mich jede Woche über die Tag-Team-Titel auf und dann hast du hier mal ein Tag-Team und dann fällt denen am Tag, wo die ihr offensichtlich zweites Match seit acht Monaten gemeinsam haben, auf. Ach stimmt, wir könnten ja hier noch ein Video raushauen. Verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht und ich finde es schade. Ich finde es einfach schade, weil es das nicht wert ist für die Leute. Man könnte super interessant, Impact Wrestling macht es doch, die haben auch einen Knockout-Titel, die haben die Knockout-Tag-Team-Titles und die schaffen es viel interessantere Geschichten mit den Leuten zu erzählen und die haben viel weniger Zeit, Sendezeit zur Verfügung. Vielleicht einfach mal über den Tellerrand schauen, gucken, wer bookt denn das und vielleicht nimmt da mal die Person unter Vertrag und sagt, pass auf, hier, mach das doch mal. Damals, als sie, als die Evolution-Show war, ich habe gedacht, pass auf, die machen jetzt eine einstündige Frauen-Wrestling-Show. WWE ist sowieso die einzige Liga in Nordamerika, die das wirklich gut machen könnte. Ich verstehe es bis heute nicht, warum so wenig für das Frauen-Wrestling getan wird, wenn du doch weißt, du hast heute Frauen bei NXT, die sagen, die, die bei der Evolution gekämpft haben, das sind meine Vorbilder, die haben selber vor drei, vier, fünf Jahren erst angefangen. Das hat einen Boom damals gegeben und die kosten das null aus und ich verstehe es nicht und damit ist mein Rant auch vorbei darüber. Das ist ja kein Rant, das ist ja ein absolut berechtigter Einwand, also sich anzuteilen dann auch so, das ist halt so, aber du hast Schotzi vergessen. Also alles ist besser mit Schotzi, vielleicht kommt die auch mal zur Raw, kann ja sein. Und ihr schreibt jetzt in die Kommentare, was genau die Story von Casey Dingens und Caden Dingens ist, weil man hat ja jetzt einen Einspieler gemacht, also wer den Einspieler gesehen hat, bitte erklärt mir, was genau diese Frauen von mir wollen und warum ich für die anfeuern soll jetzt im nächsten Match. Apropos nächstes Match, nee, haben wir noch gar nicht. Wir haben jetzt erstmal den Johnny, den Johnny und den Tommaso, die mögen sich wieder, die hypen sich jetzt so auf, gleich ein Match. Die sind ja in der Heimatstadt vom Gagano, mal gucken, ob wir das gleich merken. Kann man dem wohl vertrauen? Das wird gefragt, denn wir brauchen jetzt einen Mystery-Partner, einen dritten Mann gegen Imperium und aufs Stichwort kommen Luki und Jojo vorbei. Sag mal, wer ist denn so der Mystery-Partner? Die wollen sich schon ein bisschen vorbereiten, ne? Wird noch nicht gesagt. Kommt der Gunther, blamieren will. Auf geht's, Jungs! So, das ist so der Aufspieler, da sehen wir gleich. Das können wir gleich machen, weil gleich ist nämlich ein großes Match-Imperium. Ich höre das mit dir über Becky Lynch reden, weil wir bei den Frauen sind, ne? Becky Lynch kommt nämlich jetzt rein. Nia Jax und ich, wir waren noch nie zusammen in einem Match im Ring, aber alle reden über diesen einen Moment damals. Wir erinnern uns, der Nasenbruch, ne? Seitdem sind wir uns aus dem Weg gegangen. Sie hat sich verletzt, weil selbst ihre Knie sie nicht mehr mögen. Ich habe ein Kind gekriegt, sie wurde gefeuert. So war das. Aber jetzt machen wir das Match klar. Und dann kommt Nia Jax raus, ne? Ich bin nicht mehr gefeuert, ich bin hier und ich bin besser als je zuvor. Ja, geil, geile Promo. Damals habe ich glücklich zugeschlagen und fast seine Karriere beendet. Was passiert erst, wenn ich dich gezielt verletzen will? Sagt die Becky Lynch, es geht nicht ums Gesicht. Es geht darum, dass ich dadurch zum Man geworden bin. Das war nicht wegen dir und jetzt werde ich dich erst mal beenden. Dann sagt Nia Jax, ja, dann zeig mal. Und dann ist voll Klischee, denn Becky Lynch will kämpfen, aber Nia Jax, die geht dann einfach. Es wird nicht gekämpft, das war nur ein Jahr, Virtual. Mach mal deinen Rant weiter, bitte. Dir hat die Promo nicht gefallen? Nicht? Ich fand die nicht gut. Ich fand das alles so klischeemäßig. Vor allem von Nia Jax wieder. Also ich bin ganz ehrlich, ich höre mir lieber eine 10 Minuten Nia Jax Promo an, als mir ein 10 Minuten Match von ihr anzugucken. Okay. Hast du How I Met Your Mother zufällig gesehen? Ja, selbstverständlich. Kennst du das mit dem Klirr-Moment, wo sie den anderen erzählen, dass Lilly, glaube ich, laut kaut oder so und dann macht es Klirr im Kopf und alle hören nur noch das? Das kann ich mich gar nicht erinnern, ja. Becky Lynch atmet so laut ein. Nein! Ich höre nichts anderes mehr. Aber nein, im Ernst, ich fand die Promo voll, ich fand die wirklich in Ordnung, die Promo. Also Nia Jax ist natürlich keine Göttin am Mikrofon, ist mir egal. Es gab letzte Woche einen lieben Menschen, der sie wirklich verteidigt hat und der gesagt hat, sie ist unfassbar talentiert und charismatisch und was auch immer. Wenn du jetzt schreibst, dass sie auch eine Göttin am Mikrofon ist, dann ist das deine Meinung und ich beglücke, wünsche dich zu deinem Geschmack ja, Becky hat sich schon ziemlich in die Tasche gesteckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute gute Laune, ich will das Match sehen. Es gab noch nie das Singles-Match. Ich meine, wir wollten es damals haben, es gab es nicht. Ich nehme es, ich nehme es wirklich, weil ich glaube nicht, dass das so ein Match wird, wie das, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Einmal das Match und danach darf Nia Jax verlieren und darf gehen und meine, Becky Lynch dann gegen Rhea Ripley ist doch super. Ja, ja, nö, das ist auf alle Fälle. Ich fand, also Becky war nicht in Ordnung, jetzt nichts Überragendes. Also Becky Lynch kommt da dringend. Ich connecte auch aktuell nicht so sehr mit ihr, weil sie ist halt mal nicht da, mal so und so und so hat Nia Jax. Also Becky Lynch war schon mal heißer, sagen wir mal so. Ja gut, Nia Jax, nee, brauche ich nicht. Und dann halt so dieses, ich will jetzt kämpfen, nee, ich kämpfe nicht und ich mache mal ein Match, ich suche mir das irgendwann aus, habe ich jetzt so oft gesehen. Ich fand es nicht so gut und ich finde, Becky Lynch sollte jetzt eigentlich heißer sein, aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich möchte Rhea Ripley gegen Becky Lynch. Warum denn nicht? Das ist doch ein Traum-Match, kann man sich doch schön angucken dann und Rhea Ripley ist der Superstar und Becky Lynch eigentlich auch. Man soll es nur so machen. Ob das jetzt über Nia Jax geht, ist halt so die Frage. Ich glaube, wahrscheinlich ist tatsächlich das Szenario, dass Nia Jax das gewinnt und dann gegen Rhea Ripley bei WrestleMania. Dann ist es definitiv kein Main Event und dann ist es definitiv auch nichts, worauf ich Bock haben werde. Aber wenn man es jetzt so löst, dass man Nia Jax so als den Punkt macht, dass Becky Lynch jetzt wieder stark wird, weil sie schafft es endlich, Nia Jax zu besiegen und dann machst du drei coole Monate mit Becky Lynch. Dann möchte ich das im Main Event sehen. Ich hoffe, die machen das. Da bin ich sauer. Ich drücke dir so sehr die Daumen, dass wir nicht Rhea gegen Nia bei WrestleMania sehen. Wirklich. Ich drücke dir sehr, sehr, sehr die Daumen dafür. Ich will auch nicht so ein klischee-mäßiges Fatal 4-Way oder 5- oder 6-Pack-Challenge oder so. Das ist dann auch immer so ein bisschen lazy. Ich will dann schon eine Einzelfäde dann auch haben. Bei SmackDown ist es mir egal. SmackDown interessiert mich nicht so sehr der Titel. Das ist aktuell noch schlimmer. Musst du gar nicht gucken. Wir hätten den SmackDown-Titel gerade. Ja, yo, US Sky natürlich. Ah ja, okay, stimmt. Ja, 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 jetzt wo du sagst, ja. Ja, Shotzi leider nicht. Deswegen leg mal ruhig Finger in die Wunde. Shotzi hat einen Panzer und ist trotzdem nicht Champion. Ich finde, das sagt schon viel aus über den Zustand von SmackDown. Cody Rhodes macht jetzt ein Interview. Auch das habe ich auch schon mal gesehen. Was sagst du zu CM Punk? Er sagt, ja, ich bin glücklich, weil wir alle profitieren davon und im Rumble werden wir ja sehen. Nakamura will mich besiegen. Das ist in Ordnung. Das ist quasi die Antwort jetzt. Und jetzt haben wir das große Match Imperium gegen DIY. Und wer kommt denn nun raus? Wer könnte denn jetzt? Schlagt doch mal so ein paar Leute vor. So ein Earthquake, ein Typhoon, um das aber aufzugleichen. Also der andere könnte. Ja, der andere vielleicht. The Miss. The Miss kommt raus. Ist doch in Ordnung. Passt ja irgendwie in die Story da rein. Was nicht in die Story passt und was tatsächlich auch aufgegriffen wird. Diese Umarmung. The Miss. Wir mögen uns jetzt alle. Jawohl. The Miss kommt aus Cleveland. Deswegen ist das natürlich auch jetzt sehr beliebt in der Halle. Aber The Miss hat ja explizit, also konkret mit diesen beiden längere Fäden gehabt und tatsächlich geschafft, dass Johnny Gargano und Tommaso Ciampa unabhängig voneinander eine Einzel-Storyline hatten. Jeweils mit The Miss. Also das allein ist selten genug und dass man das jetzt einfach so wegwirft. Okay, ist dann halt so für das Match. So ein Match ist jetzt so. Gunther, der will, dass der Vinci anfängt. Aber der macht das doch selber. The Miss ist heiß auf Gunther. Der steht ja die ganze Zeit und will ja nicht rein. Kriegt ihn dann auch eine Weile auch. Und das ist auch die eigentliche Story. Vergiss doch DIY. Was soll's. Die eigentliche Story ist Miss und Gunther. Klappt ganz gut für den Miss. Aber dann geht es halt in den Boston Crab rein. Später geht Gunther aber in den Feger vor. Also den Miss kann durchaus was. Gargano exkirbt gleichzeitig. Also Gunther ist am Boden. Gargano ist am Boden. Gargano macht den Lucky fertig. Aber der Tap geht an den Giovanni Vinci. Jetzt kommt der Vinci rein. Es ist jetzt seine Aufgabe, sowohl den Gunther zu befreien, als auch den Lucky zu befreien, als auch gleichzeitig dieses Match zu gewinnen. Und nichts davon schafft er. Nichts kann er. Clive Crush im Finale. Giovanni Vinci verliert dieses Match. Das ist so. Ah. Unser Imperium. Ich war jetzt ein bisschen traurig. Aber für Miss freut mich, weil der feiert dann mit dem Gargano und dem Jumper und das ist ja auch ein tolles Team. Ja, dem Miss geht es im Moment auf jeden Fall super. Zu der Backstage-Promo von Cody nochmal. Er sagt vorher, was hat er gesagt? Man kann keine zwei Geschichten gleichzeitig beenden. Bro, hast du schon mal irgendein Videospiel gespielt oder was? Hast du schon mal eine Wrestlemania gesehen? Weißt du, wie viele Geschichten bei Wrestlemania enden? Es gibt sogar zwei Tage Wrestlemania. Die eine Geschichte ist eher wie den WWE-Titel, die andere Geschichte ist hier im Punk-Win-Main-Event. Auch das geht bei einer Wrestlemania, selbst wenn die nur an einem Tag ist. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Aber nicht in einem Rumble. Die haben ja beide den Plan, es geht nur über den Rumble. Es gibt nichts anderes. Es gibt nur den Rumble. Okay, die Logik ist weg. Und für das Six-Man-Taggy-Match muss ich dir sagen, ich war da komplett weg. Also das hat mich wirklich, ich war da so raus, das hat mich überhaupt nicht, war ein ordentlich gecatchtes Match, aber war auch keine Überraschung für mich. Also ich habe schnell abgehakt. Ja, es war irgendwie ein bisschen komisch. Es war halt um The Miss reinzubringen, ist ja auch in Ordnung an der Stelle der Karte, aber dann mach es nicht gegen Imperium. Mach es anderen. Fand ich nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, dass die Kommentatoren null darauf eingehen, dass unser Rekord-Champion Gunther schon wieder verloren hat. Es interessiert einfach keine Sau. Fairerweise muss ich aber sagen, immer wenn die im Triple Threat sind, also wenn die zu dritt sind bei Imperium, oder sehr oft verlieren die dann auch. Also das ist tatsächlich so, dass Gunther mit den beiden zusammen gar nicht klarkommt. Aber selbst das könnte man ja erwähnen. Es ist einfach so eine Randerscheinung, dass dieser Mega-Mensch, 500-irgendwas-Tage-Champion Gunther einfach kommt. Der verliert, der rollt dann auch raus. Ist egal. Aber später kriegt er noch was. Kurz vor dem End-Event. Später sehen wir nochmal Gunther Backstage. Und er sagt wörtlich, peinlich, ich gehe da raus und ich geniere mich. Schreibt man so geniere mich? Ich geniere mich auf alle Fälle, hat er gesagt. Ich habe noch nie geschrieben. Ich habe gar nichts mehr zu sagen dazu. Mir reicht es. Und das Ganze natürlich mit dem Wiener Dialekt. Ich geniere. Schreibt man das mal auf. Auf alle Fälle steht dann jetzt The Miss da. Also das war es dann auch mit Imperium Online. The Miss steht dann da. Und dann will der Miss ein IC-Title-Match. Weil der hat ja jetzt gewonnen. Und er sagt, ja, ist eigentlich ganz cool. Scheiß was drauf, dass LMPs gerade mit drei anderen da was klar macht. Ich gewähre dir das Match unter einer Voraussetzung. Jetzt wird es spannend. The Miss kriegt das Match. Aber nur dann, wenn er verliert, dass er dann nie wieder auf den IC-Title herausfordern darf. Solange Gunther Champion ist. Das ist jetzt richtig spannend gemacht. Ich habe gedacht, der darf nie wieder. Und The Miss hat doch seine eigene IC-Storyline zu finishen. Das hätte das mega, mega spannend gemacht. Und so weißt du, okay, The Miss verliert und irgendwann ist wer anders Champion und dann darf The Miss dann auch nochmal. Schade. Dann kannst du dieselbe Geschichte halt nochmal erzählen, dass er so vor seinem Rekord steht und so. Das wäre halt ein bisschen blöd. Aber ich stimme dir zu. Also, dass die nochmal gegeneinander catchen, damit habe ich gar kein Problem. Dass da so eine Stipulation dabei ist, habe ich auch gar kein Problem. Aber der Zusatz ist halt ein bisschen, hätte nicht sein müssen. Aber ich, ganz im Ernst, das ist das einzige Match, was ich bis heute von der Survivor Series wirklich in kompletter Länge gesehen habe. Und ich habe es gesehen und habe mir gedacht, davon würde ich gerne noch zwei, drei, vier, fünf Minuten mehr sehen. Und dass es nochmal stattfindet, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich finde es wirklich gut. Kann man so machen. Ja, die Story ist ja da. Und deswegen sage ich ja, das Match gerade war ja nur, um den Mister wieder reinzubringen und gleichzeitig diese Imperium-Storyline mit DIY dann irgendwie zu beenden oder weiterzumachen. Okay, das ist eine Verflechtung wieder von mehreren Storylines und dass man dann ein bisschen ausblenden muss, dass die eigentlich mal gegeneinander gefehdet haben. An so einem Punkt kommst du halt leider mal, wenn irgendwer Face turn und welcher hier turn. Immerhin, ganz im Ernst, die Kommentatoren haben, glaube ich, auch darüber gesprochen und das ist mehr, als wir erwarten können, weil wir hatten auch schon Faden, wo komplett ignoriert wurde, dass Leute zwei Wochen vorher noch gegeneinander gefehdet haben. Die Fäde ist jetzt schon ein bisschen länger her, ist doch okay. Ja, immerhin das. Also das ist in Ordnung. Ich habe nachgeguckt und es schreibt sich tatsächlich genauso, wie ich es aufgeschrieben habe. Das heißt, ich war gerade schlauer als jetzt. G-E-N und dann, also genieren. Genieren, eine Situation als unangenehm und peinlich empfinden und sich entsprechend gehemmt und verschämt zeigen. Das ist das, was Gunther damit gemeint hat und ich jetzt auch gesagt habe. Wir sind im Main-Event angelangt. Das ist doch sehr schön. So ein Main-Event ist immer toll. Es ist aufgebaut, denn Shinsuke Nakamura möchte jetzt gegen Cody Rhodes seine Story beginnen oder beenden, je nachdem. Wir sehen vorher noch mal ziemlich lange eine Wiederholung von den ganzen Sachen mit CM Punk und Seth Rollins. Also wir haben noch ziemlich viel Zeit in dieser Show. Erste Mal das Match, muss man sagen. Nakamura gegen Rhodes, haben sie nicht getroffen. Das heißt, es ist schon irgendwie groß. Nakamura ist giftig. Das habe ich mir aufgeschrieben, einfach nur um irgendwas aufzuschreiben. Nicht durch die Schlotze, also auch weil, wie er im Match so ist. Aber auf der anderen Seite genau die Herausforderung, die Cody Rhodes doch so sehr mag. Ist auch ein bisschen schade für ihn, dass er alle Knochen und Muskeln immer noch heiler hat. Also ich glaube, Cody würde sich wohler fühlen in dem Match, wenn mindestens ein halber Arm ab wäre. Und dann steckt der Nakamura, du kannst vielleicht vielleicht mehr dazu sagen, aber der Nakamura steckt jetzt so ein Best-of-Cody-Rhodes-Moves ein. So zwei Cody-Cutters kriegt er und dann soll der Crossroads folgen. Und ich denke, okay, das war's, wir gehen nach Hause, alle freuen uns, aber nein. Shinsuke Nakamura versprüht erst seinen Charme und dann die Schlotze. Roter Teufels-Sirup entspringt aus seinem Mund heraus. Ich habe das nachgeguckt. Roter Teufels-Sirup heißt auf Japanisch Redo Debiros Hiropu. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Also alle Japaner, es tut mir echt leid. Schreibt in die Kommentare, wie das wirklich heißt. Roter Teufels-Sirup. Der wird gespritzt, aber so ungünstig, dass der Referee das jetzt sieht. Jetzt hat die Frage, will der Nakamura nur den Cody Rhodes zerstören oder will der Nakamura dieses Match gewinnen? Denn das tut er nicht. Die Q, Ende aus, Cody Rhodes gewinnt. Und jetzt wird der Nakamura richtig böse. Jetzt zertritt er den Cody Rhodes ohne Ende. Es gibt ein Kinshasa an den Hinterkopf. Da will der Nakamura sogar noch abstuhlen. Aber, und du ahnst es nicht, da sind sie wieder. Die Creed Brothers. Sie retten jetzt. Die Creed Brothers sind im Main Event vertreten. Ich weiß nicht, was die mit dem zu tun haben und was sie gegen Nakamura haben, aber sie helfen, weil sie gute Menschen sind. Nakamura geht jetzt nach Hause. Der hat genug. Und die heutige Ausgabe von Monday Night Raw ist beendet. Dachte ich, denn nein, der jauchzt die Japaner böse. Der kommt noch einmal zurück, bam, tritt den Cody nochmal rein und dann ist Raw zu Ende. Das war jetzt das große Match Schinske Nakamura gegen Cody Rhodes und die Barrett. Oh, ich finde es so schön, dass du nicht gesagt hast, wie lange die Matchzeit war. Weil jetzt ist der nächste Moment, wie die Leute gerne mal was in die Kommentare hauen können. Wie lange denkt ihr, nach der Beschreibung von Marcel, wie lange ging dieses Match? Ihr habt jetzt noch Zeit, was hinzuschreiben? Jetzt noch Zeit, was hinzuschreiben? Es waren fucking 17 Minuten. Die hatten richtig Zeit zu füllen. Das hat sich wirklich so angefühlt, als würden die hier ein Pay-Per-View-Match haben, weil sie niemals ein Pay-Per-View-Match haben werden. Das war ihr Pay-Per-View-Match mit einem Fuck-Finish am Ende, weil die Geschichte das natürlich noch nicht zu Ende erzählt. Also mit Sicherheit wird es da nochmal ein Match geben. Ey, aber ganz im Ernst, wenn die Creed noch weniger zu tun haben, die können auch gerne mal bei mir vorbeikommen und bei mir zu Hause aufräumen, wenn sie sowieso nichts anderes zu tun haben. Ganz im Ernst, ich verstehe total, was das Ziel von diesem Match war. Das Ziel von diesem Match war, Nakamura erstmal auf Augenhöhe mit Cody Rhodes aufzubringen, weil er ist ja nicht auf der Augenhöhe. Und man hat jetzt 17 Minuten gezeigt, dass die auf Augenhöhe irgendwo stehen. Aber 17 Minuten für das Finish wirklich. Und ich schlage jetzt nochmal die Brücke zu der Promo. Er sagt, du hast was in mir erweckt. Er sagt, ich bin jetzt ein anderer Nakamura. Ich bin jetzt ein neuer Nakamura. Ich mache ja alles anders Nakamura. Du bist exakt der selbe Nakamura wie vorher, außer dass du dir angeguckt hast, wie man Nebel versprüht. Wusstest du übrigens, dass es eine, jetzt könnt ihr alle wieder was lernen, eine unterschiedliche Farbcodierung des Nebels gibt, dass die unterschiedliche Effekte haben? Nee, echt? Wusstest du wirklich nicht? Der eigentliche, den Kajimi auch immer früher benutzt hat und auch der Great Muta, der das ja eigentlich gemacht hat, das war ja der grüne Nebel. Grette Muta. Der Muta. Grette Muta ist Hall of Fame. Grette Muta, das haben die immer gesagt. So, der Rote ist mehr so, der wird auch oft benutzt und Gangrel hat den als Blut halt benutzt, aber der hat eigentlich nie Leute angespuckt, der hat immer nur die Fans angespuckt. Das macht, das brennt in den Augen. Das ist mehr so, als würdest du Pfefferspray in die Augen bekommen. Der Schwarze ist der, der macht dich blind. Erinnerst du dich an Nidia, als die blind war? Das war schwarze. Julia Hart hat doch auch immer schwarz. Dann gibt es den blauen Nebel, dann schlafen die Gegner ein, es gibt den gelben Nebel. Asuka ist aber nie eingeschlafen. Nie. Wusstet ihr die gar nicht, dass das der blaue war? Asuka hat doch immer blau gemacht jetzt. Wahrscheinlich. Vielleicht machen das Leute, die keine Ahnung haben von Wrestling und dann Wrestling-Shows bucken, ein bisschen anders. Der Gelbe, der paralysiert die Gegner und der Lilane cause momentarily distraction and memory loss. Das hat Roxy LeVo... Dafür reicht's ja nur, dass einer mal die Musik spielt. Da brauchst du keine Schlotze für. Ja, also... Geil. Das hat also alles eine verschiedene Bewandtnis und Schinske, der macht einfach das Seth Rollins Augen sehr, 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 sehr brennen und deswegen muss er auch die ganze Zeit so Sonnenbrillen tragen, glaube ich. Nein, ganz im Ernst. Es war wirklich ein ordentliches Match und auch das war ja insgesamt, mal abgesehen von den Frauenmatches, war es eine super matchlastige Raw-Ausgabe und kein Match von den anderen Matches war ja wirklich auch schlecht. Dieses Match war auch nicht schlecht. Ich finde aber schon, dass man ein bisschen kopiert hat, dieses sehr Wrestling-lastige mit den großen Main-Events von letzter Woche zu kopieren und rein an die Qualität von letzter Woche ist man von den Matches her nicht rangekommen. Ich fand die Ausgabe insgesamt aber trotzdem gut. Und ich fand auch genauso dieses Match gut. Aber warum? Also, gut, Drew McIntyre hat jetzt Jay kaputt gemacht, so ein bisschen, er hat Sammy kaputt gemacht, der ist zu Hause. Das heißt, niemand kann den Leuten mehr helfen, außer die Creed's? Was haben die da gesucht? Das ist wirklich, als hätte Triple H Backstage gestanden, hol mir die Creed's. Was? Die haben da nichts verloren gehabt, nix? Ja, das ist so ein Zaunfall. Einfach so reingehaut, wir brauchen jetzt eh, mach das jetzt und man will offensichtlich die Creed Busters pushen, vielleicht gewinnen die ja nächste Woche sogar. Ja, also ganz im Ernst, ich hätte an der Stelle die Offiziellen rausgeschickt, die ganzen Referees rausgeschickt, ich hätte meinetwegen Adam Pearce rausgeschickt, Hurricane Haynes hätte er zeigen können, dass er nochmal 30 Kilo zugelegt hat, meinetwegen, das wäre vollkommen, die Creed's haben da gar nichts, die haben so, also wie ich im Berghain haben die sich angefühlt, so fehl am Platz, Alter, was haben die da gesucht? Ich hab's nicht verstanden. Hast du nicht verstanden? Nein, aber die nächsten Wochen werden wir das verstehen, wenn die Champions sind und wenn die alle ganz toll sind, das werden die neuen Street Profits dann wahrscheinlich, dann laufen die immer mit rum und sagen so, oh, und so, wollen die nicht, war ein bisschen komisch, aber du sagst, das sind tatsächlich, die Babyfaces werden so ein bisschen ausgedünnt gerade, vielleicht deshalb, ich möchte aber den in Schutz nehmen, ein letztes noch zu dem Match, Fuck-Finish, also so echte Fuck-Finish wie hier, dass wir machen einfach die Queue und dann ist Ende, das ist relativ selten geworden, also erstaunlich, das war ja vor Jahren noch immer ständig, in jedem zweiten, dritten Match, dass der irgendwie blöd eingegriffen hat und der Referee bellt, das ist weniger geworden, deswegen hat's so ein bisschen schon einen schockierenden Faktor im Main Event gehabt, ansonsten, Kujo Nutz gegen Nakamura brauche ich auch morgen nicht, das war jetzt nicht schlecht. Aber hast du gedacht, dass das, also als das Match angekündigt worden ist, bist du doch niemals davon ausgegangen, das ist das einzige Match und das wird ein cleanes Finish und nächste Woche gibt's eine neue Story. Also ich bin felsenfest davon ausgegangen, das ist der Auftakt, da wird hundertprozentig noch irgendwas passieren. Die Frage ist, hab ich Bock, mir das nochmal 20 Minuten Ja, ich sag dir, was nächste Woche passiert. Nein, die nächste Woche ist ja, der sitzt in seinem roten Zimmerlein, so wie du, und dann japanisch und dann steht unten so Untertitel, jetzt habe ich dir gezeigt, was Schlotze ist. Das brennt in deinen Augen. Deswegen habe ich die rote Schlotze verwendet. Nächstes Mal, Cody, ich werde deine Story beenden, mit der grünen Schlotze oder so. Könnte ja sein. Vielleicht einfach die Schwachen, er soll ihn einfach blind machen, dann ist doch gut, dann sieht er nichts mehr, dann trifft er seinen komischen Kitz. Aber das Springboard tickt nicht mehr und dann ist gut. Das hat doch der Raw jetzt mit dem WWE All-of-Famor der Mysterio schon versucht. Es ist das Auge doch einfach nachgewachsen. Geht doch nicht. Wrestling ist so komisch, oder? Wrestling. So, wir sind am Ende von Raw. Ich glaube, das ist ein gutes Ende. Also ich fand diese Raw erneuert wirklich richtig stark. Also für mich ist das so, darf Raw immer sein. Also da kannst du, also wir haben es alles gesagt, was du dazwischen zu meckern hast, was nicht so gut war, was weniger war, das fällt nicht ins, das geht verloren. Das ist scheißegal. Und das dazwischen, die ganzen Hauptstorylines, die brodeln jetzt, die werden sich weiterentwickeln Richtung Royal Rumble und Richtung WrestleMania. Ich kann da nicht viel meckern, lieber Virgil. Insgesamt schließe ich mich schon dir an. Natürlich kann Raw immer so sein, aber ich wünsche mir trotzdem, dass, also Women's Division geht gar nicht klar. Also wirklich, da gibt es auch für mich gar keine Ausrede, aber gar keine Entschuldigung. Ich fand die Promo zwischen Becky und Naya vollkommen in Ordnung. Ich liebe Rhea Ripley, die Darstellung von ihrem Charakter, aber insgesamt ist mir das zu wenig. Vor allen Dingen, wenn du zwei Minuten Matches präsentierst, zwei Stück, das geht einfach nicht. Aber alles andere war von vorne bis hinten eine Raw-Ausgabe, die wirklich so sein darf. Videopakete über Leute, Zusammenfassungen von, was ist letzte Woche passiert. Alles wird wieder aufgegriffen, neue Leute werden in die Storylines mit reinverwoben. Das ist das, was wir sehen wollen. Wir wollen eine abwechslungsreiche Show sehen mit abwechslungsreichen Matches, abwechslungsreichen Charakteren und wir sitzen hier und fragen bei einer Promo, okay, wie viel echt war denn bitte daran? Also hassen die sich wirklich oder nicht? Genau das ist doch Wrestling. Also dann kann es nicht schlecht gewesen sein. Es kann nicht schlecht gewesen sein, auch wenn wir hier eine Stunde sitzen und darüber reden und nicht jedes, jedes Segment, ich will über jedes Segment reden. Für mich gibt es hier ja nichts, was ich überspringen will. Das zeigt auch, wie wichtig das ist. Von daher, ja, Raw darf wirklich so jede Woche sein. Dann reg ich mich auch jede Woche auf. Ist okay. Weißt du denn, welcher Tag heute ist? Ha, jetzt hab ich dich verrascht. Das weißt du. Heute ist erstmal der 12.12. Dann ist heute Check Check 1-2, der internationale Soundcheck-Tag. Heute ist der Baumkuchentag und Tag des Weihnachtssterns. Du weißt aber, ne? Weihnachtsstern. Ja, der über Bethlehem, der Weihnachtsstern hat. Ne, der kommt erst in zwei Wochen, wenn der 24. ist. Das ist der Weihnachtsstern. Das ist eine Pflanze, so eine rote Pflanze. Oh, da weiß ich was von. Weißt du, zu welcher Familie das gehört? Ich kenn den Weihnachtsstern. Naja. Oft ist das ja auch so, das ist ja auch ein typischer Aberglaube, dass die Leute glauben, diese Hochblätter, die werden fälschlicherweise oft für Blütenholblätter gehalten. Ach, ist das so? Ja, und deswegen, glaube ich, haben wir es nie gefeiert. Ja. Die Weihnachtsstern haben es super schwer. Also, wenn ihr einen irgendwo findet oder so, helft denen mal, weil das finde ich nicht gut. Ich frage auch gar nicht mehr. Naja. Hören wir mal am Ende. Weißt du, ich wollte dich mal überraschen. Ich habe gedacht, jetzt am Ende weißt du es auch nicht mehr, dass du dich am Anfang vielleicht vorbereitet hast und das aber nein. Du bist offensichtlich ein Meister, Meister des Tages oder so. Naja, wir sind am Ende von, von, was haben wir gerade gemacht? Raw steht hier. Raw ist gewinnt. Ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen enttäuscht auch von mir selber. Aber ich habe mal eine Match-Empfehlung und das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja diese Woche auch wieder etwas feiern, was in dieser Woche irgendwann mal passiert ist. Ich muss das mal eben rausfinden, weil ich habe mir das diesmal nicht rausgeschrieben, weil es ist halt so. Hier, es ist exakt heute, das ist jetzt nicht unbedingt ein Match und es ist auch nicht unbedingt gut, aber ihr solltet vielleicht mal gucken, was die WWE früher noch durfte. Das ist auf den Tag noch heute gewesen, dass Triple H Stephanie McMahon geheiratet hat. Es kann sein, dass sie zu der Zeit nicht ganz bei Bewusstsein war, aber es hat funktioniert. Guckt euch das an oder vielleicht besser nicht. Dann habe ich aber auch noch was Schönes, wo habe ich es denn hier? Es gab eine schöne Raw-Folge. 2016 war das. Wo habe ich es hier? 2000, ich muss scrollen. Scrollen, scrollen. Ich habe es mir nicht rausgeschrieben, tut mir leid. Auf alle Fälle ist das die, wo Roman Reigns gegen Shameless nochmal seine Chance hatte. Das war ein schöner, emotionaler Moment. Das war damals der Roman Reigns, den alle gehasst haben oder nicht so sehr gemocht haben. Das war einer der ganz wenigen Raw-Folge, wo wir gesagt haben, jawohl, jetzt hat die WWE es mal richtig gemacht. Das hat funktioniert. Und wenn ihr ein echtes, waschechtes Match haben wollt, dann geht nach London. Da ist nicht nur All-In, sondern 2015 war da auch ein Takeover. Da kam Jack the Ripper raus. Und Jack the Ripper, generell eine tolle Show. Können die ganze Show gucken. NXT Takeover London. Finn Balor, King Samoa Joe. Fand die schön. Damit habe ich drei Empfehlungen. Für jeden etwas dabei. Du hältst dir, kannst du Jack the Ripper nicht sehen oder was? Magst du keine Masse mehr, oder? Ich habe so krass gerade überlegt, ja, da war Takeover, da kam Jack the Ripper raus und ich dachte mir, wovon fahr sind der Mann mit dir gerade? Ja, tut mir leid. Manchmal gehen auch die Gedanken durch. Das haben sogar ein scheiß WWE-Spiel eingebaut, diesen scheiß Entrance, wo als Jack the Ripper rauskam. Was die rauchen manchmal bei den Spielen, weiß ich nicht. Aber der Takeover, damals waren die NXT Takeovers Weltklasse. Weltklasse einfach. Ja. Findest du, dass man seine Frauen auch mit K.O. Pillen dann irgendwie betäuben sollte und dann mit dem Auto in so ein Drive-Thru in Las Vegas und dann heiraten? Sollte das erlaubt sein? Nee, ich finde auch, man sollte darüber keine Memes machen über K.O. Tropfen, aber das ist auch nur meine Meinung. Ja, gut, dass wir jetzt eine gute Stimmung haben. Guckt es euch an. Aber es ist ja WWE. Da war ja auch damals so diese Kettivik und so. Hallo, eine Frau hat eine Hand gebärt. Auch das. Gut, dass wir hier beim Wrestling sind. Wir machen nächste Woche Handball oder so. Es ist wieder Bundesliga-Auftakt in Rhein-Neckar-Löwen. Oh, Curling. Curling ist gut. Wir machen nächste Woche eine Curling-Review der Virgin und ich. Wir finden kein Ende. Das liegt aber an mir, weil ich zu viel rede. Ich sage Tschüss und du sagst noch was und ich sage, nee, sag gar nicht. Tschüss am Ende. Sag mal Dankeschön und auf Wiedersehen. Moderier das ab. Wir haben noch keine Zeit mehr. Er sagt mir vorher noch, er sagt mir vorher noch, merkt man das eigentlich, wenn ich mir nichts aufgeschrieben habe und ich so, nein. Ja, doch merkt man schon. Wir sind jetzt auch wieder bis dann. Wir sind jetzt auch wieder bis dann.